Hallo und herzlich willkommen hier auf Apologia Christliche Antworten. Heute mit dem Thema Berufsvoll als Christ. Welchen Beruf sollten Christen haben? Und gleich erst mal vorab, dieses Video ist eigentlich ein Video für jeden. Ja, für Schüler und für Berufsanfänger, die da vielleicht gerade noch am Suchen sind, aber ihr werdet merken, es ist auch für alte Hasen und sogar für Gemeindeälteste. Ich denke, dieses Video ist grundsätzlich so wichtig, dass es sich eigentlich jeder anschauen sollte, weil jeder von euch hat mit Leuten zu tun, die mit dem Thema Beruf irgendwas zu tun haben, die einen Beruf suchen oder eine neue Arbeitsstelle suchen oder die Leute kennen, die Berufe suchen oder Arbeitsstellen suchen. Also in diesem Sinne schaut es euch an, guckt es bis zum Ende an. Ihr werdet, denke ich, an manchen Stellen interessante Sachen lernen. Was ich nicht, gleich mal vorab, was ich nicht sagen werde, ist, welchen Beruf du machen sollst, wählen sollst. Keine Bange. Das willst du nicht und das will auch ich nicht. Aber ich werde dir, denke ich, einige interessante Dinge sagen zum Thema Beruf aus der Bibel und ja, auch manche Sachen, die du bei deiner Berufswahl speziell beachten solltest. Egal, ob als junger Mann, junge Frau oder eben auch die ältere Leute bedenken sollen, die vielleicht schon alte Hasen sind, vielleicht schon manches berufsmäßig hinter sich haben, aber jetzt in einer neuen Lebensphase sind in irgendeiner Art und Weise. Und eben auch, was die Aufgabe von Eltern und von Gemeinden ist bei all dem. Und dann seid am Schluss hier Eltern bzw. Älteren noch dran. Nämlich, indem ihr bitte, bitte nach dem Video noch schreibt, was sind eure Erfahrungen, was ist euer Einerrat, nicht jetzt Romanisch schreiben, aber was ist der Einrat, den ihr mitgeben wollt, was ist vielleicht euer Beruf und wo sagt ihr, hey, da habe ich wirklich Chancen erkannt und damit habe ich zu kämpfen. Ja, in diesem Sinne starten wir einfach direkt durch. Interessante Dinge zum Thema Beruf aus der Bibel. Also erst mal das Wort Beruf, das ist jetzt noch nicht aus der Bibel, aber das hat Luther eigentlich ganz stark geprägt. Der hat nämlich das Wort Beruf, also im Prinzip griechisch kläses oder die vocatio, die normalerweise eher für Geistliches benutzt wurde, hat er für Ämter und Stände und für eben, wie wir heute sagen, Berufe benutzt. Und das ist eigentlich super genial, weil Beruf hat etwas mit Berufung zu tun und ist somit eigentlich Gottes Sache. Es gibt nicht dein echtes Leben, so mit Beruf und dann gibt es nebenbei oder irgend in der Ecke noch das geistliche Leben mit Gott und Gottesdienst am Sonntag oder so. Nee, eigentlich ist das zum einen von der Bibel anders gedacht und das hat, denke ich, Luther sehr schön in unsere Sprache transferiert, dass wir jetzt einen Beruf haben. Das sind Berufen von Gott in das, wo er uns hinstellen will. Der erste Beruf in der Bibel war übrigens Gärtner. Also der Mensch ist schon so geschaffen, dass er eine Aufgabe hat. Wir Menschen sind nicht so geschaffen, dass wir da sitzen und entspannen und Dauerurlaub machen, sondern letztlich der erste Aufgabe war, den Garten eben zu bewahren und zu bewirtschaften, wenn man so will. Nach dem Sündenfall mussten die Menschen raus aus dem Garten und haben quasi eine Umschulung gemacht zum Landwirt. Mussten dann den Acker bebauen im Angesicht ihres Schweißes oder im Schweiß ihres Angesichts. Jedenfalls gab es dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen was anderes. Aber nichtsdestotrotz, der Mensch war schon immer gedacht mit einem Beruf, mit einer Berufung, mit etwas, was wir tun. Also Arbeit und Beruf sind zutiefst biblisch und auch dementsprechend zutiefst gut. Ist nichts was, was irgendwie schlecht ist oder irgendwas. Im Gegenteil. Allerdings natürlich ist es wichtig, auch welchen Beruf ich wähle. Wie wichtig oder wie nicht so ganz wichtig. Das werden wir dann noch mal genauer anschauen. Aber interessant ist auch, dass unser Gelingen vom Herrn kommt. Das sehen wir natürlich, ich sag mal, in einer ganz ausgeprägten Art und Weise beim Josef. Da heißt es, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn, als nur sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Also es ist hier bei dem Josef, vielleicht ist er ja auch ganz was Besonderes. Ist auch so. Gleichzeitig erleben wir aber auch heute noch, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, das erleben. Ein Beispiel möchte ich erzählen von einem jungen Mann, der hatte sich den Beruf in Anführungsstrichen gar nicht selber ausgesucht. Der war nämlich beim türkischen Militär. Jeder Türke muss zum Militär und der war da auch. Aber bei ihm, er hat natürlich zum einen, weil er Christ war, einiges einstecken müssen. Aber sein Vorgesetzter hat bemerkt, auf den Kerl kann ich mich verlassen. Anders als auf die ganzen anderen. Und der ist dann, der musste dann nicht mehr irgendwann durch den Dreck robben, sondern der ist dann Lagerist geworden, weil der wusste, das ist der Einzige, den ich ins Lager stellen kann. Und am Ende vom Tag ist noch alles da. Und dementsprechend, genau so, der hat gemerkt, hey, bei dem ist was anders. Auf den kann ich mich verlassen. Den setze ich in eine verantwortungsvolle Position. Und das ist, das ist also auch was, dieses Gelingen auch und das, was uns Gott, wie beim Josef, schenken kann, das ist auch heute noch so. Zum einen, dass wir uns als zuverlässig erweisen, wie der Josef das getan hat. Aber gleichzeitig, ja, ist auch das, was Gott einfach dazu tun kann. Und das dürfen wir auch beten, dass Gott uns in unseren Berufen Gelingen schenkt. Auch die, die wir im Beruf stehen. Wir dürfen beten, dass Gott uns Gelingen schenkt. Und Segen schenkt für unsere Arbeit, was es auch sei. Ja, gleichzeitig eben, wie gesagt, euer Gelingen kommt vom Gott, kommt vom Herrn, aber eure Gaben kommen von Gottes Geist. Wusstet ihr das schon? Auch wieder vielleicht jemand ganz Besonderes, hier wird es extra gesagt, und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, bezahle den Sohn des Uri, des Sohnes Wurs vom Stamm Judah. Also da ist schon wieder was Besonderes, dass Gott ihn mit Namen berufen hat. Gleichzeitig ist aber auch interessant, was er denn für Gaben hat. Wir schauen es uns jetzt gleich an. Hier ist das erste Mal im Prinzip. Bei der Schöpfung kam der Geist Gottes vor, weil er ist eben natürlich auch ein schöpferischer Geist, ein kreativer Geist und war bei der Schöpfung nicht nur anwesend, sondern mittätig dabei und hat die Schöpfung bewahrt, bewacht und gebrütet sozusagen. Das Wort, was da steht, dass der Geist eben über der Wasseroberfläche geschwebt hat, das ist so wie ein Vogel über sein Nest schwebt und das bewahrt und bewacht. Und auch da kam der Geist Gottes vor und jetzt kommt er quasi das erste Mal richtig in Erwähnung, nämlich beim Bau der Stiftshütte und ganz speziell dabei, dass der Bezahle berufen wird. Hör ich mal, was da steht. Und habe ihn, nämlich den Bezahle, mit dem Geist Gottes erfüllt. Ja, und wie wirkt sich das aus? Mit Weisheit, Verstand und Können. Für jedes Kunsthandwerk. Also hier geht es jetzt nicht darum, ja, dass er in Zungen reden kann oder das. Gottes Geist hat in ihm bewirkt, dass er Kunsthandwerk machen kann, dass er Pläne entwerfen kann. Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen. Wusstet ihr, dass Schneiden von Steinen eine Sache sein kann, die Gottes Geist als Gabe uns gibt? Und zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk, Handwerk ist eine Sache von Gottes Geist, interessant, arbeiten kann. Und ich, siehe, ich habe ihm Oholiab, den Sohn des Ahisamach vom Stamm Dan als Mitarbeiter gegeben. Dazu habe ich jedem, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe. Und da dürfen wir auch drüber und darum beten, dass Gott uns diese Weisheit gibt, dieses Gelingen gibt. Und ich weiß von einem, der relativ bekannt und berühmt ist, also der Dr. James Tour, das ist, wem das was sagt, dem sagt sofort was, wer nicht, das sollte sich dringend mal mit jemandem beschäftigen. Und das ist super spannend, super interessant. Er arbeitet in Nanotechnologie und so weiter. Er hat zum Beispiel mal dieses Rennen gewonnen, was es gab für Nano-Autos, also Autos aus einem einzigen Molekül. Und da hat er nicht nur gewonnen, sie mussten für sein Auto eine andere Oberfläche nehmen, weil er auf der normalen Goldoberfläche zu schnell war mit seinem Auto. Da haben sie ihm Silber gegeben und er war trotzdem stundenlang vor dem nächsten im Ziel, weil seine Arbeit so gut ist. Und er macht Nano-Roboter, die Krebszellen aufspüren und vernichten. Er ist in Graphen-Forschung ganz, ganz vorne mit dabei und so weiter. Es ist also unglaublich. Und er sagt selbst, ich habe das, was ich habe, das habe ich von Gott. Und er betet immer wieder, dass Gott ihn macht wie bezahlt. Dass er ihm die Fähigkeiten gibt, diese Dinge zu erforschen, die Kreativität gibt, dass das diese Ideen gibt. Er sagt, in der Forschung und in der Entwicklung, da braucht es ja natürlich auch Wissen und Kenntnisse. Aber du musst nicht ein Überflieger sein, du musst nur wahnsinnig kreativ sein. Und wirklich auf die Ideen kommen, Dinge mal so zu probieren und das. Und da sagt er, und das hat Gott mir geschenkt. Ich habe Gott darum gebeten und das hat er mir geschenkt. Und also macht euch, wie gesagt, mit dem Mann mal vertraut. Es ist super spannend und er nutzt das, was er hat. Vielleicht kommen wir nachher noch mal kurz auf ihn zurück. Auch wirklich Gott zur Ehre und scheut sich da nicht. Er wird auf dem Campus einerseits bewundert, weil er der ist, der Aufträge und Geld und Forschung in seine Universität reinbringt, wie wahrscheinlich kaum ein anderer landesweit, also in den USA. Gleichzeitig wird er teilweise am Campus belächelt, weil er hingeht und predigt auf dem Campus. Oder früher das gemacht hat. Weiß ich nicht, ob er es jetzt noch macht, aber er macht auf jeden Fall Bibelstunde jede Woche. Er nimmt sich die Zeit als einer der weltweit führenden Forscher im Bereich Nanotechnologie und anderen. Nimmt er sich Zeit und macht mit seinen Studenten Bibelstunde jede Woche. Und lädt Leute zu sich nach Hause ein, mit denen er redet. Und es ist unglaublich, wie der seine Zeit wirklich Gott zur Ehre einsetzt und nutzt. Wie gesagt, macht euch mit dem Mann etwas kundig. Ihr werdet staunen und insbesondere wen natürlich Technologie und Technik interessiert. Das ist was für euch. Ja, aber nochmal. Die Gaben kommen von Gottes Geist. Wer hätte das gedacht? Und nicht nur die geistlichen Gaben, die wir vielleicht in der Gemeinde anwenden. Der erste Handwerker, der oder der erste, der so geisterfüllt genannt wird hier, das ist ein Handwerker gewesen. Und er hat seine Gaben für das Handwerk bekommen, damit er auch dieses Handwerk für Gottes Ehre einsetzt. Und das ist eigentlich auch ein, was uns die Bibel noch mitgibt. Tut alles im Namen des Herrn Jesus. So heißt es in Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut. Der Kontext ist vielleicht ein anderes als Berufsleben, aber alles umschließt eben alles. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk. Alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Also das, was wir tun, egal was vielleicht dein Beruf sein mag, mach deinen Beruf für Jesus. Du kannst Maurer sein für Jesus. Du kannst Putzfrau sein für Jesus. Du kannst Manager sein für Jesus. Du kannst Forscher sein für Jesus. Es ist im Prinzip ganz egal. Es ist eine Berufung, in die dich Gott reinstellen möchte. Und wichtig ist, dass nicht mal unbedingt, was wir machen, sondern wie wir es machen. Ob wir es für den Herrn Jesus machen. Interessant ist aber schon auch, wie es weitergeht. In Kolosser 3, in den folgenden Versen, geht es dann um verschiedene Verhalten von Menschen. Unter anderem werden dann auch die Sklaven genannt. Sklaven waren damals, im Römischen Reich gab es also eine große Bandbreite von Sklaven. Es gab jetzt nicht nur, wie man sich das vielleicht vorstellt, dann die afrikanischen Sklaven oder sowas, sondern im Römischen Reich waren, manche Sklaven waren Lehrer, manche Sklaven waren Ärzte sogar. Also Sklave heißt lediglich, ich bin nicht selbstständig sozusagen in erster Linie, sondern jemand anders bestimmt über mich, über meine Arbeitszeit. Also zu sagen, es ist wie ein Angestellter heute, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch nicht so super weit entfernt. Es gab von Sklaven vielleicht eher das breite Spektrum, dass manche sehr angesehen waren und manche eben wirklich gar nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz dürfen wir es auch mit Ohren von Arbeitnehmern hören. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Also wir könnten schon auch sagen, gehorcht euren Vorgesetzten. Nicht in Augendienerei als Menschengefällige, wenn er guckt, putzt man schön und dann, wenn er wegguckt, der Vorgesetzte, dann legt man so eine Ecke, sondern in Einfalt, also in Einfachkeit des Herzens. Dem Herrn, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und das ist, denke ich, ein Schlüssel wirklich für unsere Arbeitseinstellung mal ganz grundlegend. Mache ich das jetzt für die Menschen oder mache ich es fürs Geld oder mache ich es für was auch immer? Das, was wir tun, das sollen wir für Jesus machen. Wenn ich putze, putze ich für Jesus. Wenn ich Entscheidungen auf Management-Ebene treffe, dann mache ich das im Namen des Herrn Jesus. Und da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Egal was du machst, egal welchen Beruf du machst, dient dem Herrn Christus. Und ja, vielleicht müssen wir uns da ganz neue Gedanken machen. Ja, wie arbeite ich denn? Und wie kann ich meine Arbeit Jesus zur Ehre machen? In Epheser 6 steht auch nochmal, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Unser Augenmerk soll auf Jesus gerichtet sein, bei welcher Arbeit auch immer. Ich habe schon manche Arbeit machen müssen, die vielleicht nicht so super angenehm ist. Aber das zur Ehre zu Jesus zu machen, zum einen macht es eine andere Freude, weil es dann auf einmal einen anderen Sinn bekommt, dass ich das Jesus zur Ehre mache. Und wie gesagt, auch die Vorgesetzten, auch die Menschen um dich herum, die werden das wahrnehmen. Hey, wenn der putzt, sieht es anders aus. Hey, wenn der was auch immer macht, wenn die sich um die Kinder kümmert, ist es irgendwie anders. Das werden Menschen merken, wenn wir Jesus zur Ehre das tun, was wir tun. Ja, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Da ist die Bibel interessant und vielleicht auch ein bisschen hart. Aber als es mal darum geht, wie Paulus arbeitet, da sagt er, dass er mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet hat. Also er hat nicht nur evangelisiert, sondern damit keiner sagen kann, ja, der macht das fürs Geld, hat er sich speziell dafür entschieden, zu sagen, okay, und ich nehme kein Geld von Fremden an. Er hat dann mal von den Philippern was angenommen, aber ansonsten von keiner Gemeinde. Und von den Philippern hat er es auch nicht genommen, als er in Philippi war, sondern als er dann in Korinth war. Aber er hat statt einfach zu sagen, ja komm, gebt mir Geld, ich erzähle euch von Gott, hat er mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet und zusätzlich noch evangelisiert. Und er sagt auch, hey, das ist ein Vorbild, das haben wir euch gegeben, ihr sollt fleißig sein. Wenn jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ich meine, das könnte man heutzutage vielleicht manchen wirklich auch nochmal sagen. Und muss man vielleicht auch nochmal in der Gemeinde sagen, ja, es ist irrerweise heutzutage so, dass man manchmal mehr Geld kriegt, wenn man nicht arbeitet, als wenn man arbeitet. Aber das, was Gottes Wort uns sagt, nein, du sollst arbeiten und du sollst, weil, ja, du sollst, du willst ja auch essen, du musst ja auch arbeiten. Und man kann nicht auf Kosten von anderen leben. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, also leben, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Und nicht nur das, nicht nur, dass wir Geld für uns verdienen sollen, sodass wir unser eigenes Brot bezahlen können, sondern wir sollen auch noch nicht müde werden, Gutes zu tun. Also auch noch abzugeben, anderen zu helfen, die in größerer Not sind als wir. Also das auch. Und interessant ist ja auch, wie die Ruth gesehen wird. Die Ruth, also wunderschöne Geschichte. Lest ihr euch das Lied? Das lohnt sich wirklich genau hier, diese ganze Geschichte zu lesen, aber wenigstens auch dieses zweite Kapitel, was ich jetzt gleich einblende hier unter der nächsten Folie. Aber was über die Ruth und über ihr Verhalten, obwohl sie eine Ausländerin war und obwohl sie es vielleicht auch hätte anders machen können, sich als Witwe sozusagen von einem israelischen Mann, hätte sie sie vielleicht auch irgendwie aushalten lassen können oder was. Aber hat sie nicht gemacht. Und im Gegenteil, die Leute haben über sie geredet. Und im Positiven. Und als der Boaz kommt und aufs Feld kommt und sieht, dass da eine Frau mit ist, was ist denn das für eine? Und seine Diener geben ihm Antwort und sagen, ja, die war die ganze Zeit, das ist von Naomi, die Schwiegertochter und so weiter. Und sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. Und das ist ein Gesetz in Israel, das durfte man. Und deshalb haben sie natürlich auch gesagt, ja. So ist sie gekommen und da geblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Also selbst die Leute sehen es, wie wir arbeiten. Und auch diese Frau ist aufgefallen, hey, die könnte es auch anders machen. Das ist ja eine Migrantin. Aber die macht was. Ich kenne auch Migranten, die haben von Anfang an versucht, Arbeit zu finden. Ich kenne auch Migranten, die haben von Anfang an versucht, keine Arbeit zu finden. Und haben das auch erfolgreich geschafft, keine Arbeit zu finden. Aber es gibt auch sehr positive Beispiele. Lest euch das alles durch. Ist sehr interessant, eben auch mit dem Migrationshintergrund nochmal zu lesen. Aber eben auch einfach, wie diese Frau, ich sag mal, drauf war. Wie sie fleißig war. Und wie Gott sie dann aber auch belohnt hat. Ja, alles tun, was wir tun, sollen wir im Namen des Herrn tun. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Aber was wir tun, sollen wir im Namen des Herrn tun. Und es gibt vielleicht zwei Gefahren. Nicht vielleicht, es gibt noch mehr Gefahren. Aber ich sag mal, zwei Gefahren, die bei Arbeit auf jeden Fall damit zusammenhängen. Das eine ist Geldliebe. Und das andere sind Geldsorgen. Und das eine, ich kenne auch Menschen, denen das wichtig war, möglichst schnell zu Geld zu kommen. Aber die Bibel sagt, wer hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Das endet oft nicht gut. Und es heißt nicht umsonst Geld verdienen und nicht schnelles Geld machen. Das ist was, wo die Bibel absolut davon abrät. An anderer Stelle heißt es, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Das sagt Jesus so als Überschrift. Hütet euch vor der Habsucht. Hütet euch davor, Besitz haben zu wollen. Geld haben zu wollen. Wir brauchen Geld, jawohl. Aber wer das zu dem Ziel macht, Geld zu haben, das wird schwierig. Und dann erklärt Jesus das Gleichnis, erzählt Jesus das Gleichnis von dem reichen Kornbauer, wie es auch heißt. Und als Abschluss heißt es dann so, also ein Mann, der hat gute Gewinnmöglichkeiten gesehen und sieht aber auch nur die Gewinnmöglichkeiten. Gott aber sprach zu ihm, du Thor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? So ist der für sich, und jetzt ist das Fazit nochmal, so ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also wenn das dein Ziel ist, wenn es zu deinem Lebensmotto wird, wenn es zu dem ist, wonach du und worauf du dein Leben ausrichtest, dann muss man sagen, du bist ein Thor, ein Nah, ein Depp. Weil das nicht hält. Es bringt dich nur hier auf der Erde ein kleines Stück weiter, aber im Blick auf Gott bringt es dich keinen Millimeter weiter, im Gegenteil. Andererseits gibt es auch die andere Sache, dass man sich Sorgen macht und guckt, ich muss ja Geld kriegen, ich muss ja überleben. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mann. Das gilt sowohl für die, die reich werden wollen, als auch für die, die einfach sich nur Sorgen machen. Deshalb sagt Jesus auch, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und gleichzeitig wird auch nochmal gewarnt, eben vor diesen beiden Aspekten, vor der Geldliebe und vor der Geldsorge. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist dieses Gleichnis von dem Seemann, der eine fällt Samen auf den Weg, dann fallen Samen unter die Steine, Samen fallen unter die Dornen. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, also hört Gott das Wort und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine vor. Also du kannst als Christ dir so viel Sorgen machen, dass dein Glaube wirklich kaputt geht. Du kannst dir so Sorgen machen, die Sorge der Zeit. Es sind schwierige wirtschaftliche Zeiten und so und es wird noch schwieriger und du kannst dich so zersorgen, dass dein Glaube kaputt geht. Und du kannst andersrum den Betrug, den betrügerischen Reichtum, der dir verspricht, es wird alles besser, wenn du mich hast, der kann auch dein Christsein so ersticken, dass du nur noch unter diesen Dornen bist, dass du in diesen Dornen wächst, aber nicht mehr echtes geistliches Wachstum hast, was wirkliches Leben ist. Du kannst auch vom betrügerischen Reichtum erstickt werden, dein Glaube. Also es gibt diese zwei Gefahren, die Geldliebe und die Geldsorgen. Aber noch eine gute Nachricht, genieß dein Leben. Das ist doch auch mal was Schönes, oder? Der Prediger, der denkt nach und in seiner Weisheit, aber ist schon fast ein existenzieller Philosoph und kommt zu manchen ernüchternden Ergebnissen, aber auch eigentlich zu sehr schönen. Schauen wir mal. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und ja, das Leben ist Mühe. Das Leben ist nicht leicht, sondern es hat mit Mühe zu tun. Und das darf es offensichtlich auch. Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst Nacht findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Ja, und was sollen wir da jetzt daraus schließen? Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei all seinen Mühen. Also nochmal, Mühen sind normal. Aber es ist auch normal, dass man sich abends hinsetzt, in Feierabendbier trinkt oder in Obstsaft, in leckeren, was auch immer, Multivitamin wäre jetzt meine Wahl und sich hinsetzt und was Leckeres isst und sich dran freut. Auch das sage ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Und natürlich bei dem allen Gott Danke sagt, weil es das ist, was Gott uns auch schenkt. Dass wir uns abends hinsetzen können nach getaner Arbeit und sagen können, so, jetzt freue ich mich aufs Abendbrot. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich, sagt Gott. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also das Sinnlose, dem Geld hinterherrennen, ist auch wirklich eine Nichtigkeit und es vergeht eh. Aber dass wir uns mal hinsetzen können und freuen können an dem, was Gott uns schenkt, ist doch was Gutes. Ein Kapitel weiter nochmal. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschen Kindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Also nochmal, Mühe ist tatsächlich auch eine Gabe Gottes. Schon gewusst? Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das gilt es bei all dem nicht zu vergessen. Das ist auch das, was wir an Mühe haben. Auch wenn Mühe Spaß macht oder wenn Mühe zu viel Mühe macht, egal was. Das soll nicht das sein, was unser Herz füllt, sondern Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, damit wir auch nach ihm fragen, bei all dem. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Wir werden es nie alles ergründen können, egal wie weit wir forschen. Und Forschung ist auch ein schönes Werk. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei dem gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzugefügt und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Das, was wirklich Bestand hat, ist das, was Gott schenkt. Und auch da nochmal, egal in welchem Beruf, du kannst in deinem Beruf wirklich einen Unterschied machen. Und das kann Gott schenken. Und da, ja, das wünsche ich dir. Und da wollen wir mal schauen, wie wir jetzt dann unsere Berufswahl machen sollen. Allgemein, ein paar allgemeine Sachen, dann einmal für junge Männer, für junge Frauen, aber dann auch nochmal für ältere Menschen. Und wie gesagt, dann gucken wir auch noch danach an, was die Gemeinde und die Eltern für eine Aufgabe haben. Also allgemein, erst mal bete für deine Berufung. Gib es Gott, sag es Gott und er kann dich da wirklich leiten. Bete an dieser Stelle wirklich auch um Gottes Leitung und um Führung. Ich kann von mir sagen, ich hatte wirklich Ideen, ich hatte Interessen. Ich war jetzt keiner, der sagt, keine Ahnung, was ich mit mir anfangen soll. Ich hatte Ideen und habe aber Gott um Leitung und Führung gebeten. Und es ist manches nicht ganz so gekommen, wie ich es vermutet hätte. Im Gegenteil, ich habe mal ein Gebet gesprochen. Das ist ein sehr abenteuerliches, vor dem ich warnen muss und gleichzeitig empfehlen. Gib Gott dein ganzes Leben. Ich habe mal dieses Gebet gebetet, Herr, nimm mein Leben und mach damit, was du willst. Und Gott hört Gebet. Also das ist die Warnung, Gott hört Gebet. Aber gleichzeitig, die Ermutigung, mach es. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Ich habe nochmal, es ist von da ab, von diesem Gebet ab, ist manches ganz anders gelaufen in meinem Leben, als ich es je gedacht oder vermutet hätte. Aber es ist so gut. Und ich bin berufsmäßig nicht so gelandet, wie ich es eigentlich wollte. Wo ich Interessen hatte, was ich bestimmt auch gut gemacht hätte. Aber Gott hatte nochmal ganz andere Gedanken. Und er hat es so, so gut gemacht. Also nur Mut zu diesem Gebet. Herr, mach mit meinem Leben, was du willst. Ja, übrigens auch, probier dich aus. Das ist ja das Geniale, dass es in der Schule auch Praktika gibt und so. Mach das, probier aus, was du kannst. Vielleicht auch mal was Extras in den Ferien. Und bring dich in deiner Gemeinde ein. Guck, wo kannst du in der Gemeinde mithelfen. Wo hast du Gaben, wo hast du Fähigkeiten, wo hast du Interesse, wo du siehst, hey, da würde ich gerne entweder mitmachen bei was, was es schon gibt. Oder da sehe ich, da fehlt was, was es gut wäre in der Gemeinde, aber was es nicht gibt. Hey, wir haben, mich interessieren soziale Medien. Ich habe aber noch nichts. In der Gemeinde gibt es ja noch nichts. Dann frag doch, ob du vielleicht einen Facebook-Account machen kannst für die Gemeinde. Oder was auch immer. Bring dich in deiner Gemeinde ein. Und Gott kann uns wirklich überall gebrauchen und zum Segen setzen. Egal, nochmal, egal in welchem Beruf. Egal, ob du Maurer bist und zur Ehre Gottes mauerst. Oder egal, ob du, keine Ahnung, in der Kfz-Reparatur arbeitest und da tätig bist. Ich kenne Leute, die zum Beispiel im Kfz-Bereich tätig sind, sich super gut auskennen. Die aber ihre Gabe auch einsetzen, zum Beispiel für Missionswerke. Die zu unterstützen, weil auch Missionswerke brauchen immer wieder Autos und sowas. Und die geben denen günstige Autos, die diese dann gegebenenfalls auch nochmal reparieren, wenn irgendwas ist oder sowas. Also auch da, du kannst, egal was du machst, Gott zum Segen und zum Nutzen für Menschen, ja, oder Gott kann dir so Segen schenken, dass du es zum Nutzen einsetzen kannst. Manchmal hat Gott auch besondere Pläne. Das ist jetzt allerdings nicht der Standard. Aber ein Beispiel ist die Schönheitskönigin Esther, wo der Mordechai extra sagt, vielleicht bist du ja genau für diesen Zeitpunkt Königin geworden und hast diesen Schönheitswettbewerb sozusagen gewonnen, damit du dich jetzt mit deinem Leben einsetzt für dein Volk. Und so war es dann auch. Das hat die Königin Esther gemacht. Vielleicht mit dem einen oder anderen hat Gott vielleicht wirklich nochmal ganz extra Pläne. Das ist wie gesagt nicht die Masse sicherlich, aber mit jedem Einzelnen hat doch Gott eine Idee und mit jedem Einzelnen kann Gott gebrauchen. Bei manchen ist es vielleicht krasser und offensichtlicher und weiter vorn dran. Bei manchen ist es vielleicht mehr im Hintergrund. Wertvoll ist alles. Wenn du dein Leben und deinen Beruf, deine Gaben Gott zur Ehre einsetzt und jeder Beruf hat da wirklich Chancen. Egal, nochmal ganz egal, was du hernimmst, jeder Beruf hat wirklich seine Chancen. Und du kannst im Reich Gottes auch alles den Menschen zum Segen und Gott zur Ehre einsetzen. Gleichzeitig hat aber jeder Beruf auch seine Gefahren. Und da wollen wir uns gleich ein paar Sachen angucken. Nochmal, ich denke, die Frage ist weniger, was machst du? Machst du den richtigen Beruf? Sondern mehr, wie machst du deinen Beruf und für wen machst du das? Machst du es für dich? Machst du es für Ansehen? Machst du es für Geld? Oder machst du es Jesus zur Ehre und den Menschen zum Segen? Ja, und deshalb, was du bei deiner Berufswahl bedenken solltest. Jetzt, was ich angucken möchte, ist nicht Stereotyp gemeint, wenn es jetzt auch um junge Männer geht und dann nochmal um junge Frauen. Nicht Stereotyp, aber tendenziell. Ich komme dann nochmal drauf, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Wer es noch nicht weiß oder nicht mehr weiß, wir sind in so einer irren Zeit, wo manche Menschen tatsächlich versuchen, uns beizubringen, dass die Männer und Frauen anders sind, was ich vollkommen irre finde. Aber wie gesagt, wir gucken uns das dann nochmal an. Und deshalb, es geht jetzt auch nicht um Stereotype. Ich kenne Männer, die machen eine sehr gute Hausmannsarbeit. Ich kenne Frauen, die sich in ihrem Berufsleben sehr, sehr gut eingebracht haben. Zum Beispiel im Finanzwesen oder anderes. Also, es heißt, wenn ich auch jetzt junge Männer unter verschiedenen Berufe aufliste, kann es auch sein, dass eine junge Frau dann mal sagt, und da sehe ich meine Berufung und da ist meine Berufung von Gott her. Andererseits bei den jungen Frauen dann auch. Aber ich denke, ihr seht eine Tendenz und die ist, denke ich, auch berechtigt. Einmal das Thema Bauen, Pflegen und Bewahren. Egal, ob das Gärtner ist oder eben Maurer oder in was auch immer von einer Stelle, wo du Bauen, Pflegen und Bewahren kannst. Das ist eine so schöne Aufgabe. Und nochmal, das ist die erste Aufgabe, die wir Menschen eigentlich bekommen haben, dass wir uns um den Garten kümmern und das gut machen. Und das ist eine so schöne Aufgabe. Insbesondere, man sieht am Ende des Tages, was ich gemacht habe. Ich sehe, hey, diese Mauer, die stand nicht und jetzt steht die, und die steht wie eine Eins, weil ich es für den Herrn gemacht habe. Ja, dieser Garten, der ist jetzt wunderschön, weil ich die Blumen, die Gott geschaffen habe und an denen ich mich so freue, weil ich die jetzt so arrangiert habe, dass es Gott Ehre macht. Und weil ich den Baum jetzt so beschnitten habe, dass er Frucht bringt, was die Aufgabe von dem Baum ist. Und ich sehe es, ich habe da eine Gabe, ich sehe, welche Äste weg müssen, damit das Ding richtig abgehen kann. Gleichzeitig muss man wissen, in diesen Berufen ist vielleicht manchmal ein rauerer Umgang. Ich habe auch einen Handwerksberuf gelernt als erstes und da war es auf der Baustelle manchmal anders. Und sich da nicht mit reinziehen zu lassen, ist vielleicht schwierig. Auch den Chef nicht zu, auf Deutsch gesagt, zu bescheißen, Stunden anders aufschreiben oder halt die Pause ein bisschen verlängern. Weißt du, wenn du dann der Erste und der Einzige bist, der bei der Frühstückspause aufsteht, weil die anderen einfach noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde länger machen, das kann komisch kommen. Und das braucht Mut und beim Essen hinzusetzen und vielleicht die Hände zu falten, das braucht vielleicht manchen Mut und es gibt auch Spott, aber es ist auch eine Chance. Vielleicht kannst du dir überlegen auch, wie kann ich da mit dem Gebet am Mittagessen und dem Spott, der dann kommt, Gott eine Ehre machen? Und sagen, ja, zum Beispiel die Geschichte erzählen. Ich habe mal gehört, da gab es einen Bauer, der wurde auch ausgelacht. Und dann haben die den gefragt, ja, warum machst du das? Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind Menschen. Alles, was bei uns Mensch ist, dank Gott, die Tiere, die essen so. Vielleicht ein bisschen spitz, ein bisschen spitz, aber auf mancher Baustelle kann das mal angebracht sein. Aber jedenfalls, wie auch immer, überleg dir, wie kannst du Gott Ehre machen, mit dem, wie du bist, wie du dich gibst, wie du auch deine Arbeit machst, im Thema Bau und Pflegen bewahren. Ich, die Leute haben auch nach einer gewissen Zeit gemerkt, bei mir, ich mache die Aufgaben sorgfältig und ich mache sie. Und gleichzeitig mache ich sie schnell. Ich könnte mich, ich hätte mich ausruhen können auf manchem, weil ich relativ schnell gearbeitet habe. Aber ich habe mich dann gemeldet, ich bin fertig und habe nicht gesagt, so, jetzt rust du dich noch ein bisschen aus. Und es hat mein Chef, bevor ich dann Theologie studiert habe, hat gesagt, schade, das hätte noch eine gute Karriere werden können. Weil er gemerkt, weil die Leute, obwohl die mich viel verspottet haben, wegen meinem Christsein, aber die haben es nicht nur selber gemerkt. Also mein Chef hat mich selbst nie arbeiten sehen. Aber meine direkten Vorgesetzten sozusagen, haben es offensichtlich sogar weiter, mir gegenüber haben sie gespottet, aber ihm gegenüber haben sie weitergeleitet, der Mann arbeitet gut, auf den ist Verlass und dem gibt man eine Aufgabe und der macht es, sogar immer weniger als der Zeit und der hat kreative Ideen. Wenn es da Metallklemmen zu putzen gibt, da habe ich, alle standen da und haben dann mit Hand poliert. Ich habe dann gesagt, wie geht man das, wie kann man es besser machen? Dann kann man das in die Bohrmaschine einspannen, drehen es rum und dann zack, da brauche ich ein Zehnwinterzeit. Und ist es noch gleichzeitig noch besser? Und ja, so hat mir Gott auch Kreativität geschenkt und Hilfe geschenkt. Beim Thema Bauen, Pflegen und Bewahren. Dann Thema Verantwortung und Leitung. Das sind große Aufgaben und vielleicht auch nicht die Aufgabe, mit der man anfangen sollte. Aber trotzdem in eine Richtung zu gehen, ein Stück weit Karriere zu machen, das ist eine große Aufgabe, eine schöne Aufgabe und manches davon kann man ja auch lernen, tatsächlich. Nochmal vielleicht nicht als erster Schritt, sondern als einer der weiteren Schritte, aber vielleicht kann man es im Hinterkopf haben. Wenn man den Bachelor hat, dass man dann sagt, okay, ich setze noch einen Master drauf oder einen Techniker oder was auch immer. Eine große Aufgabe, eine schöne Aufgabe und gleichzeitig etwas, was man in der Gemeinde einbringen kann. Es ist ein massiver, ein massiver Mangel an Leitungspersönlichkeiten im geistlichen Bereich auf allen Ebenen. Sei es Leiter von Werken, sei es auch Leute, die in Gremien mitsitzen und mal eine Entscheidung mittreffen, obwohl sie das jetzt sozusagen ehrenamtlich machen. Es ist ein Riesenmangel und deshalb jemand, der Verantwortung und Leitung sieht und wahrnehmen kann. Leute, Männer, das ist unsere Aufgabe. Das ist nichts, was wir abdrücken sollten und uns drum drücken sollten. Unsere Aufgabe als Männer ist, die Hauptverantwortung zu tragen. Es ist bequemer, das nicht zu tun, aber da sind wir gefragt und da überlegt auch, geht auch Schritte und überlegt, wie kann ich da weiterkommen, wie kann ich da dazulernen, auch für die Gemeinde, wie kann ich da auch in meinem Beruf weiterkommen, um das, was ich lerne, für die Gemeinde einzusetzen. Als Ältester, als jemand, der in einem Gremium bei einem Missionswerk sitzt, als was auch immer. Ja, das kann allerdings auch die Gefahr von Egoismus und Macht mitbringen, dass ich es für mich mache, dass ich groß dastehe, groß zu sein zu wollen, gut dazustehen zu wollen, Ruhmsucht und macht auch die Macht über andere und die dann zu nutzen. Das alles mit einem dienenden Herz zu machen, wie Jesus das gesagt hat, der die Pyramide umgedreht hat, der gesagt hat, und wer groß sein will, der soll allen anderen dienen. Das kann davor bewahren, dass man das wirklich als einen Dienst sieht und macht. Thema Vorbild und Pädagogik. Es ist absolut unverzichtbar und es gibt sicherlich zu wenige männliche Lehrer zum Beispiel oder Leute, die da sind. Trotzdem braucht es auch die junge Generation, dass sie geprägt wird und nicht nur von Frauen geprägt wird, was super gut und wichtig ist und wo ich sage, das würde ich an erste Stelle setzen, aber gleichzeitig braucht es auch dieses Vorbild als Mann. Es braucht auch männliche Lehrer oder vielleicht auch mal einen männlichen Erzieher, der widerspiegelt, wie ist Mann sein? Wie lebe ich im göttlichen Sinne als ein Mann? Wie lebe ich mein Mann sein? Gut und gesund. Gleichzeitig besteht da natürlich auch als Vorbild die Gefahr, dass ich das missbrauche, dass ich das in eine ungute Richtung lenke und ja, da Macht ausübe, über die mir anvertraut. Und da gibt es auch gute Mechanismen, die es auch in der Gemeinde braucht und da gibt es ja schönerweise eben auch mittlerweile gesetzlich manche Regelungen, die da vor Missbrauch und vor Falschem schützen. Und nochmal in erster Linie geht es da um ein Vorbild und da sollen wir auch Jesus-mäßig sein. Es geht da drum, nicht da drum, Leute in irgendwas hinzudrücken, sondern Jesus war eigentlich der perfekte Pädagoge, er war das das wunderbare Vorbild, an dem wir uns da ausrichten können. Und ja, Thema Forschung und Studium. Ich bin total neidisch über jeden, der Astronomie studiert, Chemie, Physik, Mathematik, wer es kann. Es ist genial, Biologie. Es ist wundervoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht umsonst haben die praktisch die Gründer, man kann sagen, jeder, jeder Forschungsdisziplin, sei es in Newton, sei es in Kepler, sei es, das waren alles Menschen, die letztlich, bei denen es die Motivation war, dass die die Wunder Gottes studieren wollten. Die wollten nicht die Natur studieren, sondern sie wussten, da steckt ein Schöpfer dahinter und der hat Grundgesetze, der hat Naturgesetze erlassen und die zu erforschen, in all ihrer Schönheit, in ihrer Genialität, das war ihre Motivation. Und deshalb ist es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wundervoll. Eine so schöne Sache, wie man Gottes Wunder und Gottes Größe und Herrlichkeit erkennen kann, in den verschiedenen Disziplinen. Was man wissen muss dabei, die Gottlosigkeit ist im Programm, im aktuellen Forschungsprogramm inbegriffen. Es wird Atheismus vorausgesetzt, methodischer Atheismus, was im Prinzip vollkommen unsinnig ist, weil, nochmal, zum einen ist diese Wissenschaft erst aufgrund des biblisch-christlichen Weltbildes überhaupt so entstanden. Und das war die Grundvoraussetzung, dass überhaupt die Wissensexplosion, die wissenschaftliche Explosion passieren konnte. Ist es tatsächlich das biblisch-christliche Weltbild? Da muss man sich vielleicht auch nochmal auf theologischer und wissenschafts-philosophischer Ebene damit auseinandersetzen. Aber ein Beispiel, allein das Beispiel Naturgesetze, eine atheistische Weltsicht, eine atheistische naturalistische Weltsicht, kann überhaupt nicht begründen, warum es so etwas wie Naturgesetze geben sollte. Die kann es nur sehen, es gibt es anscheinend, aber kann nicht mal mit, aufgrund ihrer Philosophie die Voraussage treffen und morgen ist es noch genauso. Das funktioniert nur, und darauf passiert ja alle Forschung, dass es heute so ist, wie es gestern war, dass es auch morgen wieder so sein wird und deshalb, dass es Naturgesetze gibt, die eben nicht zufällig war das jetzt so, sondern zufällig ist der Apfel jetzt nach unten gefallen, sondern nein, und ich gehe davon aus, auch morgen wird der Apfel so fallen und ich vermute, der Apfel fällt immer gleich, weil Gott ein stetiger Gott ist, ein Gott, der auf den Verlass ist und deshalb gehe ich davon aus, ich kann das berechnen, wie schnell der Apfel fällt und deshalb konnte Newton auch die Gravitationskonstante, die eine Konstante ist, überhaupt herausfinden. Also Forschung, Studium, super spannend, die Gottlosigkeit, die im Programm ist, dazu brauchst du einen Ausgleich. Du musst dich auch von christlicher Sicht mit dieser Sache beschäftigen, weil es nochmal unsinnigerweise und auch tatsächlich inkonsequenterweise dann der Naturalismus und Atheismus in vielen Forschungen vorausgesetzt wird, was allerdings letztlich die Forschung verarmt, weil es weniger Möglichkeiten zulässt und auch weniger Interesse schenkt an manchen Sachen. Zum Beispiel gingen Christen davon aus, alles was wir an Genen haben, macht einen Sinn. Während hingegen nicht-christliche Forscher gedacht haben, das meiste ist eh wahrscheinlich Abfall, der sich im Laufe der Evolution angesammelt hat. Deshalb brauchen wir es auch nicht weiter untersuchen. Aber wenn man es weiter untersucht und wenn man hat es weiter untersucht, was eben wie gesagt eigentlich nur Sinn macht, wenn ich davon ausgehe, da steckt bestimmt noch was dahinter, dann hat man herausgefunden, die Gene, die wir gedacht haben, das ist Junk-DNA, Abfall-Gene, das hat regulatorisch, das fügt den ganzen Genen im Prinzip noch eine weitere Dimension hinzu. Nicht nur, dass es Gene gibt, die was ein- und ausschalten, sondern dass es Regulation gibt, wann und wie die ein- und ausgeschaltet werden und so weiter. Also super spannend, super interessant, ihr merkt, da schlägt ein Stück weit mein Herz. Und deshalb sucht Ausgleich im Sinne von macht euch zum Beispiel vertraut und werdet am besten Mitglied und helft mit bei Wort und Wissen oder bei ähnlichen Vereinen, wobei in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gibt es eben hauptsächlich Wort und Wissen, die eine sehr, sehr gute Arbeit machen und die aber sicherlich auch noch junge Unterstützung gebrauchen könnten. Die Leute, die es da gibt, die machen eine super Arbeit, aber hey, das gilt zu fördern, weil das so wertvoll ist und weil das so viel prägen kann und weil ihr auch in dieser Forschung so viel prägen könnt, indem ihr dann auch Gott die Ehre gebt für das, was er macht. Und das braucht wahnsinnig Mut, gegen diese Gottlosigkeit im Programm auch aufzustehen und auch zu sagen, ja, da sehe ich jetzt eine große Genialität und das sehe ich jetzt und das kann dir unter Umständen sogar deine Karriere kosten und das kann Forschungsgelder kosten. Nur allein, dass du Christ bist, nicht, dass deine Forschung schlechter wird. Zwei Beispiele, eins, was ich schon genannt habe, habe Dr. James Thur, weil er Christ ist, nicht weil er schlechte Arbeit macht, weil er Christ ist und bekennender Christ, hat er manche Forschungsgelder nicht gekriegt. Aber, ihr habt gehört, wie das mit Josef war, Gott hat ihm Gelingen geschenkt, dermaßen, dass er so gute Ideen hat, dass das Geld dann von den Ideen gekommen ist. Er war quasi gezwungen, um seine Forschung finanzieren zu können, ist er gezwungen gewesen, aus diesen Forschungsergebnissen Startups zu machen. Und er hat weiß wie viele Startups auf die Beine gestellt, die Millionen machen, mit denen er jetzt die Forschung dann finanzieren kann. Also das, was zum Schaden gedacht war, ihr hattet es böse gedacht, aber Gott hatte gute Gedanken damit, wie bei Josef. Und ein anderes, sehr trauriges Beispiel ist, der Dr. Bechli, weiß gar nicht, wie er mit Vorname heißt, Dr. Bechli, der war in Stuttgart im Naturkundemuseum, wurde dort gedrängt, dass er wollte es eigentlich gar nicht, dass er für eine Darwin-Ausstellung, dass er dann was gestaltet, um das darzustellen, mit so einer Waage, Darwin's Origin of Species, auf der einen Seite die ganzen Schöpfungs- und Intelligent Design Bücher auf der anderen Seite und dann das Darwin's Origin of Species alles andere aufliegt und so. Hat dann aber gedacht, na gut, bevor ich jetzt da was mache, muss ich es natürlich auch mal lesen und hat dann gemerkt, naja, da wird manches sehr falsch dargestellt, aber das, was die schreiben, also auf wissenschaftlicher Seite wird manches falsch dargestellt, aber auf Seite von denen, die die da an Gott glauben, die Argumente machen absolut Sinn, er ist dann im Endeffekt auch Christ geworden, seine Arbeit hat sich nicht geändert, aber allein davon, und er hat auch nicht gesagt, ich glaube jetzt nicht mal an Evolution, er ist tatsächlich, glaubt er nach wie vor an Evolution, glaubt aber auch, dass es Gott gibt. Ist interessant, aber jedenfalls, obwohl er nie gesagt hat, dass das alles nicht stimmt oder so, nur allein die Tatsache, dass er Christ geworden ist, hat ihn seine Arbeit und seinen Job gekostet, alle seine Forschungsergebnisse, die er früher gemacht hat, sind gelöscht worden. Er war ein Spezialist für zum Beispiel, ja, für, er war Paleo-Insektologe, zum Beispiel über Fliegen und Insekten insgesamt in Bernstein, die hat er untersucht und da gab es 5000 Klicks, so ein Sonderthema, 5000 Klicks pro Tag, also er war ein wahnsinnig gefragter und guter Forscher, aber er ist Christ geworden, das hat ihm seine Karriere gekostet, aber auch mit ihm hat Gott weiter einen Plan, bin ich mir sicher, Gott will ihn segnen. Ja, Thema Technik, das ist super hilfreich, wenn jemand sich mit Technik auskennt, vielleicht mit, ja, mit was auch immer und du kannst es natürlich auch in der Gemeinde einsetzen und kannst da eine große Hilfe sein. Ich kenne jemanden, der macht Veranstaltungstechnik für christliche Großveranstaltungen. Super, wenn es den nicht gäbe, puh, und der macht das aber eben auch mit Herzblut, macht es mit Liebe, hängt vielleicht die ein oder andere Extrastunde ran und das ist stark. Was passieren kann, ist, dass du überall der Technik vielleicht die Liebe manchmal vergisst, dass du es für die Menschen machst, du kannst dich in deiner Technik verlieren, aber die Menschen außer Acht lassen und das nicht zu tun, sondern wirklich den Herrn Jesus und die Menschen, denen wir, denen die Technik ja letztlich dienen soll, weiter vor Augen zu haben, das ist vielleicht deine Herausforderung, vielleicht anders, schreibt mir es, liebe Techniker, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt und auch die anderen, schreibt mir, was ihr in euren Berufen für bisherige Erfahrungen habt, wo ihr sagt, das ist die Chance und da habe ich Gutes erleben können und da sehe ich auch Gefahren. Das ist natürlich nicht abschließend die Liste, aber sagt mir und sagt uns in den Kommentaren, was ihr denkt und was eure Erfahrungen sind. Ja, Thema Finanzen. Es ist eine absolut nötige Hilfe, dass es auch Menschen gibt, die sich mit Finanzen auskennen. Es ist gleichzeitig eine große Gefahr, eben, dass man das Geld lieb gewinnt, aber auf der anderen Seite kann man eben diese nötige Hilfe auch in der Gemeinde geben. Die Frage ist, wenn ich jetzt einen Beruf habe, wo ich sage, hey, ich verdiene damit in einer Stunde wahnsinnig viel Geld, weil ich da richtig gut bin, setzt du dich dann trotzdem jeden Monat mal einen Nachmittag mit jemandem hin aus der Gemeinde, der in finanziellen Nöten ist und zu gucken, wie kann man den finanziell wieder auf die Beine stellen und benutzt du das Geld, was du, wo du eigentlich schon lange ausgedient, nicht ausgedient, sondern ausgesorgt hast, nutzt du das Gott zur Ehre? Ich weiß von Menschen, die haben in der Finanzkrise, die so vor einigen Jahren war, die da gesagt haben, hey, und ich zahle, ich zahle jetzt dieses Gebäude für dieses christliche Werk, weil die brauchen das, und ich habe, alle anderen haben in diesem Aktiencrash verloren, ich habe einiges retten können und habe so viel Geld, dass ich dieses Gebäude, und dann kam es raus, ja, dieses Gebäude wird noch teurer, lege ich auch noch drauf. Es gibt Leute, die wirklich diese Gabe haben und trotz dieser wirklich großen Gefahr, dass man das Geld lieb gewinnt, die aber eben nicht in Blech investieren, zum Beispiel, teure Autos kaufen oder sonst was, sondern die tatsächlich, ja, in Menschen investieren und in Gottes Reich investieren. Und da gibt es wenige und es ist nicht leicht, das ist vielleicht der gefährlichste Job, würde ich behaupten, insgesamt von all diesen, aber, ja, mit Gottes Hilfe und mit Gottes Berufung an dieser Stelle. Übrigens, ein Beispiel noch, ich kenne, das muss ich auch sagen, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die bei Finanzinstituten gearbeitet haben, die als Christ irgendwann gesagt haben, ich kann es nicht mehr, ich muss den Leuten Sachen aufreden und das sind, ich sage mal, als sehr bodenständig anerkannte Finanzinstitute gewesen, also keine irgendwie wilden Spekulationssachen, sondern wirklich so bodenständig, wie es nur sein kann. Und eine Person, die ich kenne, hat gesagt, hey, ich kann das nicht mehr mitmachen, ich muss, als Christ muss ich hier gehen. Eine andere Person hat das tatsächlich genutzt und hat aber auch den Menschen gesagt, ihre Aufgabe war zu sagen, hey, du sollst jetzt diesen Kredit nehmen. Und die hat sich dann manchmal hingesetzt und hat gesagt, du, das wird nicht bei dir. Und du hast an dieser und jeder Stelle, das wird eng und das funktioniert nicht. Und hat dann mit den Leuten auch gebetet, in ihrem Beruf, wo sie es gar nicht hätte sollen, dürfen, was auch immer. Also es war nicht direkt verboten, aber das hätte ihr auf jeden Fall Ärger einbringen können. Aber Gott hat sie trotzdem so gesegnet, dass ihre Arbeit insgesamt trotzdem so gut war. Aber auch sie hat irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr weiter. Nichtsdestotrotz war sie da für manche Leute wirklich ein Segen, sei es, dass sie in ihrem Finanzbüro, in ihrem Bankbüro gebetet hat mit den Leuten, sei es, dass sie auch manchen gesagt hat, hey, du solltest diesen Kredit nicht nehmen. Entgegengesetzter Firmenpolitik. Also auch da nochmal kann Gott auch das gebrauchen. Aber das braucht schon eine große, große Standfestigkeit und vielleicht auch eine Art von Überwachungsmechanismus. Leg dir jemand an, der sagen, der dich hinterfragen kann, was Finanzen angeht. Ja, Gemeinde und Mission. Es ist ein absolutes Vorrecht. Es ist ein Riesenmangel an geistlichem Personal. Es wird immer noch mehr werden. Es fehlen Pfarrer, es fehlen Prediger, es fehlen Missionare, Leute, die bereit sind, in andere Länder zu gehen, Leute, die bereit sind, hier in Deutschland einen guten Beruf an Nagel zu hängen oder eine gute Berufschance an Nagel zu hängen und zu sagen, und ich diene mit meinem ganzen Leben dem Herrn. Und das ist ein riesen Vorrecht, seine ganze Zeit einsetzen zu dürfen, um Bibel zu lesen, um das, was man gelernt hat, weiter zu sagen, um mit Menschen gemeinsam zu Jesus unterwegs zu sein. Es ist vielleicht der schönste Beruf, den man haben kann. Gleichzeitig aber auch ein Beruf, der sehr viel kosten kann. Und es gibt wenige Berufe, wo so viele Leute an den Nagel hängen, weil es mit manchen Schwierigkeiten auch einhergeht, weil Menschen in der Gemeinde nicht immer einfach sind, zum Beispiel, weil es im Team Schwierigkeiten gibt oder was auch immer. Der Hauptgrund, warum Missionare zurückkehren, ist nicht die feindseelige Umwelt, sondern ist zum Beispiel, dass es im Team Unstimmigkeiten gibt oder mit der Missionsleitung vor Unstimmigkeiten gibt. In der Gemeinde, man hat eben nicht nur mit netten Leuten zu tun, sondern in der Gemeinde dürfen ja alle kommen. Und da hat man auch mit schwierigen Leuten zu tun. Und das kostet manchmal viel Kraft. Deshalb, es ist eine Berufung. Es hat, bevor ich Theologie studiert habe, war ich bei einer Veranstaltung, da haben die gesagt, also wir brauchen Hauptamtliche, dachte ich. Okay, also innerlich. Okay Gott, hier bin ich. Aber da gehören auch eine Berufung durch Menschen dazu. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn du willst, dann. Diese Berufung, die kam dann relativ kurz später, dass Leute meinen Eltern gesagt haben, Mensch, der hat jetzt hier eine Predigt gemacht, die ich relativ spontan machen musste und eigentlich fast keine andere Wahl hatte. Wäre das nicht was, dass der mal in diese Richtung geht und da studiert? Ja, in diesem Sinne, es ist auch eine Berufung und es braucht auch eine Berufung, weil es kein einfacher Job ist, auch an der Stelle. Aber es ist nochmal auch, denke ich, das Schönste, was man machen kann, dass man seine ganze Zeit einsetzen kann für den Herrn. Es ist so wertvoll. Und es gibt noch viele, viele andere Sachen, wo man sagen kann, hey, das ist ein Beruf und aber nochmal, alles hat, denke ich, seine Stärken, wo du was für das Reich Gottes einsetzen kannst und wo du leben kannst, Gott zur Ehre. Gleichzeitig hat aber auch alles seine Schwierigkeiten. Ja, was sind meine Gaben? Frag dich, was sind meine Gaben und wie kann ich das, wie kann ich meine Gaben zur Ehre Gottes einsetzen? Und wie begegne ich auch den Gefahren? Überleg dir, bist du einer, der so geradlinig ist, dass du in diese Aufgabe gehen kannst? Bist du so mutig oder vertraust du Gott so sehr, dass er dir den Mut gibt, da auch aufzustehen und das so zu leben, wie Gott das möchte und nicht mit dem zu gehen, wie es normal ist in der Branche oder in der Firma? Das sind Fragen, die solltest du dir fragen. Ja, was die jungen Frauen angeht, da muss man vielleicht erst mal sagen, es gibt ja dieses moderne Rollenbild der Frau. Eine Frau sollte und sollte, anderes nicht. Die Frau sollte ja nicht zu Hause bleiben, sondern die Frau sollte genauso Karriere machen, weil Frauen haben die gleichen Rechte. Was dahinter steht, lass dich nicht täuschen, lass dich nicht veralbern. Es geht nicht darum, dass die Frau jetzt besondere Rechte haben soll. Das ist was, was wir leider, wir von den neuen Bundesländern mit eingebracht haben ins neue Deutschland, ins vereinte Deutschland. Das eine war leider die Abtreibung und das andere, dass die Frauen in die Produktion sollen, möglichst schnell und deshalb die Kinder möglichst schnell in die Kinderkrippe sollen, damit die Kinder nicht ein Hindernis sind für die Produktivität der Frau. Das ist was, was aus dem Sozialismus, wir alle sind gleich, wir alle gehen auf Arbeit, übertragen worden ist letztlich in den Kapitalismus, wo es nicht besser gehandhabt worden ist oder wird, wo es letztlich, es geht nicht darum, dass du als Frau dich selbst bestimmen darfst. Das, was hinten dran steckt, ist, dass du als Frau eine Kuh bist, die gemolken werden soll. Dass du als Frau eine, ein Humankapital bist, das man nutzen will. Ganz ehrlich, ich habe lang bevor das Thema war, im Studium mich mit dem Thema Kinder beschäftigt und bin da zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich ziemlich einheitlich klar ist, dass Kinder bis zum sechsten Lebensjahr die Mutter brauchen. Eigentlich beide natürlich, aber insbesondere, also noch in einem viel größeren, stärkeren Maß die Mutter und Kinder in eine Kinderkrippe zu stecken, insbesondere vielleicht schon mit unter zwei Jahren und sowas, ist super schädlich und macht ganz, 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 ganz viel kaputt und es ist auch gleichzeitig, bringst du dich, um Dinge zu erleben, die du, wie dein Kind ranwächst, wie die ganzen ersten, die ersten Schritte, die ersten Worte, die ersten Erlebnisse mit deinem Kind, das sind Sachen, die kriegst du nie, nie, nie wieder. Und wofür? Für Geld auf dem Konto? Für das, dass dein Boss mit dir richtig Geld verdient? Für das, dass deine deine Firma sich schämt und freut und dann irgendwann dich abserviert und sagt, vielen Dank für die Jahre, die sie hier geholfen haben, auf Wiedersehen. Für das, es geht nicht um dich im Sinne von deinem Guten. Es geht darum, was man Gutes von dir rausholen kann. Liebe junge Frauen, lasst euch da nicht irgendwie was in X von U verkaufen. es geht beim Feminismus nicht um deine Würde, sondern um Profit. Das wird im Sinne von Würde und von Selbstbestimmung wird es verkauft. Aber dann guck doch mal, wie viel Würde du hast noch, wenn es jetzt das nächste kommt, wenn jetzt der Genderismus kommt, wenn es, wie viel Würde hast du noch, wenn gesagt wird, nö, in deinen Umkleide darf auch jemand, der einen Penis hat, wenn er sich denn als Frau identifiziert. Wie viel Würde hast du dann noch als Frau? Wie viel Selbstbestimmung hast du dann noch, wenn du sagst, ich will in einer Frauenmannschaft spielen und möchte und will in einer Frauenliga boxen, meinetwegen, ohne dass da jemand mit dem Penis auch mitboxt. Wie viel Selbstbestimmung hast du noch, wenn du sagst, und ich bestimme, ich möchte zu Hause Hausfrau und Mutter sein. Hast du dieses Recht der Selbstbestimmung oder wird dann auf dich herabgeschaut? Es geht nicht um Selbstbestimmung, es geht nicht um deine Würde, es geht schlicht und ergreifend um Profit. Ob sich das Feminismus oder Freiheit oder wie sich das nennt, überleg mal, ob nur die eine Richtung, für die eine Richtung Freiheit gilt oder ob das wirklich absolut gilt. Und über die Hälfte, soweit ich weiß, in Umfragen, wollen nach wie vor eigentlich eher traditionelle Rollenbilder. Und das, obwohl aktiv dagegen angekämpft wird. Und obwohl die Frau und die Mutter heutzutage praktisch nichts mehr gibt. Und obwohl, wenn man mit seinen Kindern, hat mir eine Frau erzählt, war mit zwei Kindern, zwei Kinder einkaufen. Sie hat nicht gesagt, dass sie noch drei zu Hause hatte. Aber hat gesagt, dann hieß es, ja was rennt denn die hier rum? Wobei das aber jetzt keine irgendwie schlimmen, ungehorsamen Kinder oder sowas waren. Aber wie darauf herabgesehen wird. Geht es denn wirklich um die Freiheit oder geht es darum, was sein darf und was nicht sein darf? Und das Traditionelle, das darf nicht sein. Die Frage ist ja, was ist eine Frau? Ich meine, die Frage wird ja heute wirklich ernsthaft gestellt und manche können die schon gar nicht mehr beantworten. Aber deshalb sollten wir den fragen, der die Frau erfunden hat. Deshalb sollten wir die Bibel aufschlagen und sagen, was ist eine Frau? Und liebe, liebe junge Mädels, liebe junge Frauen, ich mache euch dazu Mut. Schaut mal in die Bibel. Was sagt die Bibel wirklich über Frauen? Und guckt mal alle Stellen an zu einer Frau. Wir werden uns dann noch ein paar angucken. Da werdet ihr merken, es ist manches anders, als ihr euch vielleicht so denkt oder euch vielleicht so vorgespiegelt wird. Und so viel schon mal vorab. Männer und Frauen, das sagt die Bibel von Anfang an sehr klar, sind nicht gleichartig. Gott hat den Mensch als geschaffen, männlich und weiblich. Also da steht nicht Mann und Frau, sondern wirklich männlich und weiblich. Also Gott hat uns in dieser Bipolarität, zwei Pole, zwei, es geht männlich und es geht weiblich, so hat er uns geschaffen. Und das hat einfach, das hat einfach auch Auswirkungen. Und jeder, jeder, wie soll man sagen, jeder Orthopäde kann deine Knochen angucken, kann ein Röntgenbild von deinen Knochen angucken und kann rausfinden, anhand vom Röntgenbild, ob du Mann bist oder Frau. Jeder Hirnchirurg kann in dein Gehirn gucken, wenn er den Kopf aufmacht und oder eben einen Scan hat und kann anhand von dem Gehirn sagen, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Wir sind nicht gleichartig, sondern es sind Dinge unterschiedlich. Bei Frauen sind zum Beispiel die Gehirnhälften besser verknüpft. Bei Mann sind die Knochen stärker und ja und auch anders noch ein bisschen. Aber es Männer und Frauen sind nicht gleichartig und wer das versucht gleich zu schalten, der kämpft letztlich gegen die Realität. Es ist aber auch interessant, dass zum Beispiel, ja wie sagt man, Frauenquoten gibt es für Manager Posten. Ich frage mich, warum es keine Frauenquoten gibt für Bohrinseln? Schon mal überlegt? Weil es an manchen Stellen dann doch so deutlich wird, dass man sagen muss, naja, irgendwo kommt die Realität dann einfach doch an ihre Grenzen mit der Biegsamkeit. Aber die Realität muss eben so viel gebogen werden, wie es irgendwie geht, um Männer und Frauen gleich zu schalten, was eigentlich ein großer Akt der Unfreiheit ist. Dass du auf einmal, es geht nicht darum, ja ich darf mich jetzt vollkommen entfalten, wie ich bin. Nein, darum geht es nicht, liebe Frau. Es geht darum, dass du nicht so sein darfst, wie früher, Frauen das immer gemacht haben, sondern du musst jetzt sein wie ein Mann. Du musst dich mehr verhalten, wie Männer sich verhalten. Du musst jetzt diese Arbeiten machen dürfen und machen, die Männer machen wollen. Wie gesagt, außer bei Boden sind, dann ist auf einmal doch nicht mehr so. Aber es geht nicht um eine Freiheit, um eine Entfaltung deines Seins, sondern du sollst in eine Schachtel gesteckt werden. Du musst auf einmal was sein, was du von dir aus gar nicht unbedingt bist. Aber Männer und Frauen, das macht die Bibel genauso deutlich, sind gleichwertig. Männer und Frauen, Mann und Frau, der Mensch ist geschaffen in Gottes Ebenbild. Wir sind gleichwertig. Es gibt nicht Obermenschen, die Männer sind und Untermenschen, die Frauen sind oder dergleichen, gibt es nicht. In Jesus sagt die Bibel auch, gibt es nicht Mann und Frau, Alt und Jung, Grieche und Jude oder dergleichen, sondern wir sind alle eins in Christus. In Jesus sind wir alle gleichwertig und haben die gleiche Würde, was nochmal nichts daran ändert, dass wir an sich unterschiedlich sind. Was ist denn das für eine Idee, die Menschen gleichschalten will und die Unterschiedlichkeit wegrationalisieren? Das ist nicht gut und das ist nicht hilfreich und das bin auch nicht ich. Da darfst du auch nicht mehr du sein, sondern du hast eben vorgegeben, wie du sein musst. Nicht mehr so, wie du geschaffen bist. Aber dein Wert und nicht eine Würde, sondern deine Würde, da fehlt ein D und das W gehört groß, kommen nicht von dem, was du auf dein Konto bekommst. Du musst dich nicht über deine Arbeit definieren, wie viel du verdienst, welche Position du hast, ach du liebe Zeit, bekommet, für den Satz muss ich mich sehr entschuldigen, sondern von dem, wer du in Gottes Augen bist. Das macht eigentlich deine Würde aus, deinen Wert aus. Wer du wirklich bist, wer du vor Gott und in Gottes Augen bist. Wie er dich gemacht hat, mit allen Gaben und allen Schwächen, die du hast. Und das können manche Gaben und manche Schwächen typischer sein und manche vielleicht untypischer, männlich oder weiblich oder was auch immer. So wie du bist, hat dich Gott geschafft, geschaffen, Gott gewollt und du bist wertvoll, so wie du bist, weil du nach seinem Ebenbild und in seiner Kreativität geschaffen bist. Was du dann damit anfängst, das ist eben dann die Frage. Und da brauchen wir wirklich in der Gemeinde einen radikalen Blickwechsel. Wir müssen uns die Augen öffnen lassen von dem, was die Gesellschaft sagt und dem, was tatsächlich dahinter steckt. Nochmal, es geht nicht um deinen Wert und Würde, sondern es geht um Profit. So einfach. Es geht nicht darum, dass es schlecht ist, wenn Kinder von ihren Eltern erzogen werden, sondern es geht darum, dass mehr Kapital erwirtschaftet werden kann, wenn die Frauen in der Produktion stehen. Wir brauchen einen radikalen Blickwechsel von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Narrativen hin zu Gottes Wort. Das ist jetzt kein Schreibfehler, sondern das, was Politik, Gesellschaft und Wirtschaft uns versucht aufzudrücken, ist tatsächlich Narrheit. Und da, wo wir die Wahrheit erkennen, ist Gottes Wort. Und deshalb einige Beispiele, einige Dinge und das Erste vielleicht, und da werden vielleicht innerlich manche, die geprägt sind von dem, was ich vorhin gerade gesagt habe, von diesem Rollenbild, was uns aufgeprägt wird von Gesellschaft und Politik und Wirtschaft. Letztlich nochmal mit dem Blick auf die Wirtschaft, dass Frauen in die Produktion soll. Frauen sind die Kuh, die gemolken werden soll, um Managern größere Gehälter zu ermöglichen, letztlich. Hausfrau und Mutter. Es wird keine vielfältigere und keine erfüllendere Tätigkeit geben, die du je finden kannst. Da steckt so viel drin, es ist unglaublich. Was müssen denn die Mütter müssen nicht nur Koch sein, müssen nicht nur Hotelmanagerin sein, müssen nicht nur ein Taxiunternehmen sein heutzutage, müssen nicht nur, es steckt, müssen nicht nur eine Psychologin sein und Erzieherin sein und Lehrerin sein. Da stecken so viele Berufe drin, das geht auf keine Kuhhaut und die müssten richtig viel Geld kriegen und müssten richtig viel Achtung kriegen. Jede Mutter, jede Hausfrau, ich ziehe meinen Hut vor euch, was ihr leistet im Haushalt, dass der läuft. Was ihr leistet mit den Kindern, dass die in einer guten Art und Weise groß werden. Hut ab! Euch will ich so viel Ehre und Achtung entgegenbringen. Wirklich. In der Gesellschaft, das muss man auch wissen, ist dieser Beruf nicht geachtet. Nochmal, weil es nicht dazu führt, dass mehr produziert wird, weil es nicht zu mehr Kapitalerwirtschaftung führt. Nicht deshalb, weil es schlecht wäre für Familien, nicht deshalb, weil es schlecht wäre für Kinder, nicht weil das ein Beruf ist, der für Frauen nicht schön sein kann, sondern weil es etwas ist, was eben letztlich der Wirtschaft im Weg steht. Und deshalb ein wirkliches Plädoyer für Hausfrau und Mutter und viele. Es ist interessant, im amerikanisch sprachigen Bereich zu sehen, dass es da vieles wieder entgegen geht, wo es da tatsächlich eine junge Generation gibt, die sagt, nein und ich will ganz bewusst Treadwife sein und traditionelle Hausfrau sein und Mutter. Ich will den Haushalt managen für meinen Mann, für meine Kinder. Ich will das Ding hier am Laufen halten und das alles zusammenhalten. Und was das alles beinhalten kann, das sehen wir gleich nochmal. Es ist nichts, was man gering achten kann oder soll. Und liebe Gemeinden, liebe Christen, liebe Papas, liebe Kinder, habt allen Respekt vor Hausfrauen und Müttern. Es ist vielleicht der größte und vielfältigste Beruf, den ich hier in allen Folien aufzeige. Ja und das sagt der Titus mal über die älteren Frauen, dass sie Lehrerinnen sein sollen, des Guten. Also nicht der Titus sagt, sondern Paulus sagt es im Brief an den Titus, dass die älteren Frauen Lehrerinnen des Guten sein sollen. Ja warum und was sollen die älteren Frauen beibringen und wem? Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Übrigens auch interessante Reihenfolge. Die normale Frau neigt dazu, die Kinder an erste Stelle zu setzen, aber liebe Frauen, die erste Liebe gilt euren Männern und dann euren Kindern. Besonnen zu sein, keusch zu sein, also sich anständig zu verhalten, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, nochmal, wir sehen dann gleich, was das beinhaltet und dass es da nicht ums Heimchen am Herd geht. Überhaupt nicht. Sondern eher, wie man das so sagt, um das Management eines kleinen Familienunternehmens. Gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, das ist gleich die nächste rote Glocke, da sage ich noch was dazu, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Da geht es nicht um Unterordnen im Sinne von unterwürfig sein oder dergleichen, was ja interessant, wir reden ja über eine interessante Gesellschaft. Da geht, da gibt es einerseits, gibt es Leute, die sagen, wie kann, wie kann man sowas schreiben, das ist ja altmodisch und das ist ja Frauen, die sich Männern unterordnen, das geht ja gar nicht. Gleichzeitig gibt es Bücher und Filme, die sich damit beschäftigen, wie sich Frauen, und das sind Bestseller, wie sich Frauen Männern sexuell unterwerfen. Komisch, dass es da keinen Aufschrei gibt. Nee, das ist modern. Aber das, was die Bibel mit Unterordnung meint, ist nicht so eine Unterwerfung, wo Frauen gedemütigt werden oder dergleichen, sondern guckt mal. Und übrigens, rosa ist das, was für die Frauen geschrieben wird und blau ist das, was für die Männer geschrieben wird. Also schon mal rein von der Menge, was hier in Epheser 5, der Paulus schreibt, sollte einmal zu denken geben, vielleicht ziehen hier die Frauen sogar das Leichtere los. Es geht darum, dass es eine Ordnung gibt. Ordnet euch einander unter der Furcht Christi. Es geht nicht um Unterwerfung, um Unterwürfigkeit, um Beherrschen, herrschen lese ich jetzt hier gar nirgendwo, sondern es geht um eine Ordnung. Es geht darum, dass die Dinge geregelt sind, geordnet sind. Das ist im positiven Sinne eine Hierarchie. Aber wie ist das gemeint und wie sieht es praktisch aus? Ordnet durcheinander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Also die Frauen, die haben die Aufgabe, sich ihren Männern unterzuordnen, aber nicht als eine Dienerin oder sonst was, sondern als jemand, vor dem sie Respekt haben, wie vor Jesus eigentlich. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinden sich dem Christus unterordnet, die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Also auch, das wird verglichen, wie Christus der Retter, das Haupt der Gemeinde ist. Also geht es nicht um eine Beziehung von Sklave zu Herr oder so was, sondern wie Christus zur Gemeinde. Hat jetzt Christus die Gemeinde schlecht behandelt? Hat jetzt Christus die Gemeinde erniedrigt, ausgebeutet, sich die untertänig gemacht oder was auch immer? Das ist hier der Maßstab, liebe Männer und auch liebe Frauen. Das ist mit Unterordnung gemeint. Ordnen wir uns als Gemeinde nicht gerne Jesus unter, weil er der Herr ist, der sich für uns hingegeben hat, der für uns bezahlt hat, der es gut mit uns meint, der seine Liebe bewiesen hat, indem er für uns gestorben ist. Wie kann ich was anders machen, als mich Jesus unterordnen? Das ist der Maßstab. Und deshalb, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Unsere Aufgabe als Männer ist, dass wir uns für unsere Frauen aufopfern und uns den gegebenenfalls den Hintern aufreißen und gegebenenfalls auch für sie sterben, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Also auch da, dass wir unsere Frauen auch geistlich voranbringen, unseren Frauen auch, ja, dass wir zum Beispiel vielleicht mal im Mutter-Kind-Raum sitzen, dass die Frauen in aller Ruhe die Predigt anhören können. Als ein Beispiel. Oder wir zu Hause sind mit dem Kind, wenn es denn gar nicht anders geht und die Frau in den Gottesdienst gehen kann. Reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst für herrlich darstelle. Nicht, die nicht Flecken oder Runze oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig. Wir sind es schuldig. Wir müssen das. Unsere Frauen zu lieben wie ihr eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Also geht es nicht um Eigenliebe, sondern es geht darum, hey, um den Maßstab. Keiner wird jetzt sich selber schlecht behandeln. Und wieso sollten wir Frauen schlecht behandeln? Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Wie auch der Christus, die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Nochmal, es geht bei diesem, da geht es nicht um Unterordnung und Unterdrückung in diesem Sinne, sondern es geht, dass der Maßstab ist Jesus, wie Jesus sich aufgeopfert hat und wie Jesus das Haupt der Gemeinde ist. So tragen auch Männer die Hauptverantwortung für Frauen in den Familien. Aber das heißt nicht, dass die Männer, wie das im islamischen Bereich ist oftmals, dass die Männer eben alles machen. Bring mir hier, bring mir da, komm da, mach da und wenn nicht, dann gibt es oder irgendwas. Mag auch bei vielen anders sein, aber das gibt es leider auch. Sondern wie das im Biblischen aussieht, ganz konkret, das schaut euch jetzt mal an bei der tüchtigen Hausfrau. Und das ist jetzt vielleicht, das ist jetzt, seht das bitte liebe Frauen jetzt nicht als eine überragende Herausforderung an, die, ne, ihr müsst jetzt jeden einzelnen Punkt hier abhaken, sondern das malt, ich denke es malt, das ist ja auch in Reimform sozusagen geschrieben, ne, das ist, sie müsste als ein Gedicht sehen, was die tüchtige Hausfrau lobt, die tüchtige Frau lobt, was ein Bild malt. Hier geht es nicht darum, dass du eine Liste hast, die du einzeln abhaken musst. Aber das zeichnet ein Bild und überlegt jetzt mal, ist das ein Bild vom Heimchen am Herd? Ist das ein Bild von einer unterdrückten Frau? Ist das, oder ist das ein Bild von einer Frau, die, die ihres Lebens nicht mehr glücklich ist, weil sie, ja, weil sie, keine Ahnung, keine Karriere machen kann oder weil sie ihr die ganze Zeit zu Hause ist oder. Ich bitte euch das mal nicht, die, nicht nur die einzelnen Aspekte zu hören, sondern einfach mal das Bild zu sehen, was hier gemalt wird, die Farben zu sehen. Ist es eine glückliche Frau? Was sind die Aufgaben? Ist die eingesperrt? Hat die, hat die Verantwortung? Ist es, ist es an sich, weil klingt es gut? Klingt es erstrebenswert oder, oder klingt es jetzt wie, ach nee, das, das ist ja, ist ja furchtbar oder wie klingt es denn? Also eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Gewinn wird es ihm nicht mangeln. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage seines Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie gleicht Handelsschiffen. Von weit her holt sie ihr Brot herbei. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Ich habe übrigens mal überlegt, warum steht da nicht, dass die wäscht? Ja, die braucht gar nicht waschen. Die hat ja Mägde, die an der Stelle sie unterstützen zum Beispiel. Also schon das alleine. Das ist ja wirklich, das Bild ist wirklich das von der Managerin eines Familienunternehmens und nicht. Und offensichtlich hat sie Freude dabei. Sie hat Freude. Sie arbeitet mit Lust ihrer Hände. Aber sie ist auch wirklich fleißig. Da ist nicht bis um zehn im Bett hin und her drehen, sondern die steht sogar früh auf und fängt an, Sachen zu regeln. Übrigens, Männer stehen auch früh auf. Das wird ja nicht gesagt, dass Männer deshalb lang liegen bleiben sollen. Mein Wecker klingelt elf nach fünf. Und sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtert ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlicht ihre Lampe nicht. Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoff gekleidet. Decken macht sie sich. Büssus und roter Pupur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Also selbst der Mann kriegt hier sogar noch was vom Überfluss der Frau ab, sozusagen, weil der so einen guten Ruf hat. Auch wegen der Frau. Und weil die Frau ihn so unterstützt, dass der weiß, das Haus in besten Händen, da läuft es. Und deshalb kann er sich um Leitungsaufgaben kümmern. Kostbare Händen macht sie und verkauft sie. Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Was ist jetzt ein Heimchen am Herd? Oder ist die eine unterdrückte arme Hausfrau? Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit ist sie nicht. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus. Das ist jetzt anders auch an der Stelle wieder als im Islam, wo der Mann letztlich das Sagen hat, sondern eigentlich ist die, bei der die Fäden im Haus zusammenlaufen. Und sie sagt hier, das machen wir jetzt so. Und eben, wie gesagt, ihr Gesinde anweist, also sozusagen die Angestellten anweist, wie und was zu laufen hat. Es treten ihre Söhne auf, das heißt, sie hat auch Kinder und das ist offensichtlich eine große Freude für sie. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als Tüchte verwiesen, aber du übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Furcht, Entschuldigung, gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Also das ist doch ein ganz anderes Bild, als was gemalt wird von wegen unterdrückte Frauen und die Armen, die hier als Hausfrau und Mutter vielleicht tätig sind, sondern hier wird ein Bild gemalt. Mal ganz ehrlich, da hat man nur Respekt und die Frau, die hat Freude dran. Und nochmal, liebe junge Frauen, seht das nicht als eine Liste und erst wenn ihr alle Haken dran habt, dann seid ihr gottwohlgefällig oder dergleichen. Hier geht es um ein Bild zu malen. Mir geht es darum, mit Pinselstrichen ein Bild zu malen und zu zeigen, wie eine Hausfrau, wie eine Frau ist, die Gott gefällt und nicht nur Gott gefällt, die wirklich Ehre kriegt von den Menschen auch, im positiven Sinne jetzt, die eine tüchtige Frau ist. Eine Frau, die die Sachen in die Hand nimmt, die sich nicht zurücklehnt und oh, ich armes Opfer und ja, ich bin da unterdrückt, sondern nee, die packt die Sachen an und legt los. Und wohl der Frau, die so ist. Hausfrau und Mutter. Eben, vielfältig, unerfüllend. Das ist das, was hier beschrieben wird. Und was die Gesellschaft angeht, die keine Achtung entgegenbringt, liebe Männer, liebe Kinder, liebe Gemeinden, lasst uns den Hausfrauen und Müttern, vielleicht müssen wir mal was extra für die machen, vielleicht muss man den Hausfrauen und Mutter Abend machen, wo die mal verwöhnt werden, oder? Dass die mal geehrt werden. Thema Erziehung und Pädagogik. Das ist so prägend und das ist so wertvoll. Kindergärtnerin, Lehrerin, das ist so gut und wichtig und macht auch so viel Freude, insbesondere wenn es eure eigenen Kinder sind, aber auch andere, da gut zu prägen. Aber das braucht heutzutage echt auch Mut. Dann zum Beispiel in der Kindertagesstätte hinzutreten und zu sagen, hey, warum feiern wir jetzt eigentlich Halloween? Ich meine, da ist null Pädagogisches dabei, außer dass man Kindern Angst macht und das finde ich jetzt gar nicht so gut und dass es gruselt. Wofür brauche ich Grusel? Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir an dem Tag an deutsches Kulturgut denken, wie zum Beispiel die Reformation, wo drauf bedacht wird, wo drauf geachtet wird, dass das Gottes Wort wichtig ist, dass durch Martin Luther letztlich das Hochdeutsche mit angestoßen worden ist, dass Worte wie Beruf geprägt worden sind. Warum denn nicht mal darüber reden und dass die Kirche Gesellschaft geprägt hat über Jahrhunderte, jetzt immer weniger, aber vielleicht auch mal zu gucken, und für was ist Kirche heute denn noch gut? Und vielleicht da einfach anstelle da Kürbisse mit Fratzen zu basteln, vielleicht mal zu sagen, wir gucken uns mal eine Kirche an und gucken mal, was kann man denn in einer Kirche lernen? Zum Beispiel in einer evangelischen, was ist anders in der evangelischen und katholischen, was hat das zu bedeuten und warum ist das so? Das braucht Mut, da hinzustehen und vielleicht auch das mal zu sagen, hey, und wir sind in einem christlich geprägten Land und die Kinder, die müssen nicht verstehen, warum Amerikaner sich mit mit Kürbissen gruseln wollen, sondern die Leute, die müssen verstehen, warum Deutschland Deutschland ist und warum in Deutschland die Reformation stattgefunden hat. Das ist pädagogisch, das ist erzieherisch wertvoll. Ja, Thema Pflege und Hilfe, das ist echt gelebte Liebe und da ganz ehrlich, ich glaube, dass viele ältere Leute in den Heimen vielleicht mal lieber von einer Frau gepflegt werden, die vielleicht mal ein bisschen mehr da Empathie hat als manche Männer. Andererseits braucht natürlich auch Männer, die mal schwere Leute mit heben können und sowas, aber nichtsdestotrotz Pflege und Hilfe ist eine große, große Sache, auch als Krankenschwester und so. Da kann man vielleicht als Frau, hat man da nochmal mehr Gaben, die man da einbringen kann. Die Gefahr ist, dass es Abfertigung wird. Die Gefahr ist aber nicht von Seiten der Frau, sondern von Seiten der Gesellschaft und der Krankenkasse, wo so und so viele Minuten vorgesehen sind, um einen Patienten zu versorgen und manchmal reicht die Zeit einfach nicht. Und dann heißt es halt als Christ vielleicht mal die extra Meile zu gehen, zu sagen, ich brauche jetzt für die Frau mehr, dann mache ich zwei Minuten weniger Pause, aber ich wasche die jetzt noch unter den Armen, weil da riecht es und ich wasche die da jetzt noch. Aus Liebe zu Jesus und zu dieser Frau. Und vielleicht braucht es auch, wenn man merkt, ja, nach Feierabend, dass da jemand ist, der vorm Sterben ist und der Angst hat, vielleicht braucht es die extra Meile, sich dann noch eine halbe Stunde mit hinzusetzen. Ihr dürft nicht, Krankenschwestern dürfen, soweit ich weiß, im Dienst jetzt nicht unbedingt beten mit denen, aber danach im Dienst nochmal bei jemandem vorbeizukommen und zu sagen, darf ich noch mit ihnen beten. Das ist sehr wichtig. Übrigens, ich glaube, ich habe es da nicht noch bei den Älteren, das kommt dann auch noch was, aber vielleicht auch an der Stelle. Hospize, Häuser, wo Leute hingehen, um zu sterben, teilweise wollen die dann sogar eben Sterbehilfe haben. Aber es gibt eine Untersuchung, Menschen, die einmal pro Woche besucht werden, Menschen, die einmal pro Woche besucht werden, verlangen nicht mehr nach Sterbehilfe. Überlegt euch mal, wie krass das ist. Ich kenne zwei ältere Frauen, aber wie gesagt, es könnten auch Jüngere, aber auch Ältere einfach. Die haben sich da eingetragen in so einen Hospizbesuchsservice. Gehen ins Hospiz und besuchen dort die Menschen und jeder Mensch, den die besuchen, mit denen dürfen die beten, mit denen dürfen die reden, denen dürfen die Liebe zeigen. Und die wollen nicht mehr sterben. Also nicht in dem Sinne, dass sie Panik haben vor dem Tod, sondern die haben nicht mehr das Bedürfnis, ihrem Leben ein Ende zu setzen, weil sie sich auf diesen einen Termin in der Woche freuen dürfen und freuen können. Da kommt jemand, dem bin ich wichtig. Und die Leute, die sich Sterbehilfe geben lassen, andersrum, sind dann offensichtlich Leute, die niemand mehr haben. Weil sie entweder Karriere gemacht haben und keine Kinder hatten. Übrigens auch eine große Gefahr. Oder weil sie sich mit ihren Kindern überworfen haben oder weil was auch immer. Man kann ja auch unfreiwillig keine Kinder haben, aber ganz viele, die ich kenne, oder ich kenne auch eine Frau, die unfreiwillig keine Kinder hat, die macht seit Jahrzehnten buchstäblich Jungschar und ist da eigentlich Mutter geworden für mehr Kinder, als sie je hätte selber haben können. Also ja, Pflege und Hilfe, Kreativität und Gestaltung. Meine Gemeinderäume, die sollen lieber von einer Frau geschmückt worden sein, als von einem Mann. Ganz ehrlich. Da habt ihr ein Empfinden für Schönheit und das ist ja auch schön. Das macht ja auch Freude, die Schönheit zu bringen, zu zeigen, zu gestalten. Die Gefahr besteht, das vielleicht dann für Ansehen zu machen. Also nicht nur, dass es angesehen wird, sondern dass man selbst auch Ansehen gewinnt. Aber das ist eine so schöne und wertvolle Sache auch beim Thema Kreativität und Gestaltung. Sei es in jetzt Gemeinderäumen, muss ja nicht, aber es gibt auch viele Berufe, die es mit Kreativität und mit Gestaltung haben. Und das ist eine Gabe und das kann man eben sowohl im Beruf leben und kann sich an der Schönheit freuen, die man auch selber bringen kann und gestalten kann, aber auch in der Gemeinde natürlich mit einbringen. Ja, dienen und unterstützen ist so hilfreich. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang jemand, die mich bei einem Dienst, den ich hatte, fleißig unterstützt hat. Das war quasi meine Sekretärin. Kann man fast sagen. Das ist so hilfreich. Der hat vieles organisiert und das dann so frei zu haben einfach und zu sagen und ich kann mich auf andere, ich kann mich auf inhaltliche Themen konzentrieren und so. Das ist so, so hilfreich. Ganz wirklich. Frauen, die da eine Gabe haben, Sachen zu organisieren oder zu managen. Menschen super. Die Gefahr ist, dass man sich dann definiert über diese Person, der man hilft. Also zum Beispiel Sekretärinnen haben manchmal dann eben, machen sich in ihrem Wert abhängig von dem, den sie da unterstützen. Und das ist natürlich super gefährlich. Du hast nicht einen Fremdwert. Du bist nicht Fremdwert, sondern du bist wertvoll, weil du du bist. In Gottes Augen. Thema Soziales und Beratung, Weisheit und Seelsorge. Bei vielen solchen Themen ist es einfach gut, wenn man jemanden hat, der empathisch ist und vielleicht auch da einfach nochmal anders helfen kann. Wie gesagt, da gehören auch manche anderen Talente dazu, aber auch das. Die Gefahr besteht vielleicht von manchen Denkrichtungen, wo psychologische Richtungen mit reinkommen, die nicht immer sehr göttlich sind und im Gegenteil gerade Vokismus, Genderismus und was nicht noch alles ist, wo da ganz, ganz viele falsche und unbiblische, ungöttliche Denkrichtungen mit reinkommen. Da muss man sich zumindest gewahr sein dessen, muss man bewusst sich dessen sein. Und dementsprechend kann man dann auch mit manchem umgehen. Und da braucht es tatsächlich auch eine gewisse apologetische Vorbildung, vielleicht braucht es in vielen Berufen, um zu wissen, hey, das steckt jetzt dahinter, warum das jetzt so verlangt wird und gehandhabt werden soll. Das steckt dahinter, aber vielleicht muss man da auch manchmal gegen die Firmenpolitik sozusagen oder gegen die Vorschriften, obwohl Vorschriften gut und wichtig sind und wir die einhalten sollen. Aber wenn wir sehen, das macht jetzt Schaden, dann sollte man das natürlich nicht und so weiter. Auch da die Frage, was ist meine Gabe, was kann ich zur Ehre Gottes einsetzen und wie begegne ich auch den Gefahren. Und dementsprechend kann ich dann ja auch überlegen und was ist jetzt ein guter Beruf für mich. Aber auch ältere Menschen, jetzt in Anführungsstrichen, also nicht alt wie, sondern einfach Leute, die schon im Beruf stehen oder manche vielleicht auch tatsächlich außerhalb mittlerweile vom Beruf stehen, beides. Ihr habt Weisheit, ihr habt Erfahrung und das ist auch Gottes Gedanke, dass ihr das weitergebt. Ein Mangel ist vielleicht manchmal oder das Problem, der Mangel an Weisheit. Weisheit ist nicht alles zu wissen, sondern manchmal auch zu sehen, dass ich viele Umstände nicht mehr so begreife. Meine Oma hatte eine große Weisheit. Nicht, weil sie zu allem was zu sagen wusste, sondern weil sie gesagt hat, davon verstehe ich jetzt nichts. Aber nichtsdestotrotz hatte sie viele Prinzipien und vieles gelernt und gesehen. Es gibt so eine Weisheit des Alters, dass man sieht, okay, davon verstehe ich jetzt nichts. Aber ich möchte dich an der Stelle unterstützen, weil da ist was wichtig. Es ist wichtig, zum Beispiel war es bei meiner Oma so, die Musik, die neue, die gefällt mir nicht. Aber ihr sollt euch wohlfühlen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr auch englisch, mir gefällt englisch nicht, aber dass ihr auch mal ein englisches Lied singt, ist mir richtig. Heutzutage müssen wir ja aufpassen, dass auch die älteren Leute noch auf ihre Kosten kommen. Das hat sich leider gedreht oder hat sich gedreht. Thema Literatur. Literatur ist mehr als Unterhaltung und es braucht Kinderbücher. Es braucht sogar romantische Romane aus christlicher Sicht. Es gibt, wie gesagt, leider viele Romane, die da die romantischen Bedürfnisse von Frauen auch befriedigen, die nicht gut sind, wo eben dann auch Sachen reinkommen, die einfach ungöttlich, ungut sind. Aber da zum Beispiel, warum nicht als eine ältere Frau, die sehr gut mit Worten umgehen kann, ein romantisches Buch schreiben, einen romantischen Roman. Da kann es natürlich auch zum Thema Ruhm kommen, dass man das so wichtig nimmt. Aber muss, wie gesagt, auch noch jeder, nicht jeder machen. Aber vielleicht, wer da wirklich eine Gabe hat, warum nicht? Ich kenne jemand, die hat ein Kochbuch geschrieben und hat da ihre Gaben reingebracht und hat auch da mit dem Kochbuch Gott die Ehre gegeben. Also, ja. Thema Gastfreundschaft. Ein seltenes Gut. Ich habe gehört von einer Frau, die Kinder sind die meisten aus dem Haus, dann zu sagen, hey, und wir haben ja ein Zimmer extra und das vermieten wir über Airbnb. Aber nicht nur, dass ich jetzt Geld reinkriege, sondern um da wirklich Gastfreundschaft zu leben. Und vielleicht sogar, vielleicht mal das zu sagen, und Missionare oder Prediger, die eine Auszeit brauchen, die dürfen da jetzt mal kostenlos übernachten, eine Woche oder sowas. Gastfreundschaft, ein seltenes Gut, aber das braucht natürlich auch Zeit. Wie kann Gott all das Leid zulassen? Woher weiß ich, welche Religion die richtige ist? Kann ich mich auf die Bibel wirklich verlassen? Gibt es da nicht eine Reihe Widersprüche, Gewalt und andere fragwürdige Dinge? Hast du so eine oder eine ähnliche Frage auch schon gehabt? Und hast du deine Antwort gefunden? Christliche Apologetik gibt Antworten auf Fragen, Zweifel und Angriffe gegen den christlichen Glauben. Wenn dich so eine Frage bewegt, schau dich gerne auf Apologia Christliche Antworten und den befreundeten Apologetik Kanälen um. Da findest du biblisch fundierte Antworten wahrscheinlich auch zu deiner Frage. Und wenn nicht, schreib uns gerne, was dich bewegt. Wenn du erlebt hast, wie eine christliche Antwort weitergeholfen hat, dann unterstütze doch die Arbeit von Apologia Christliche Antworten. Hilf mit, dass noch mehr Menschen eine biblisch fundierte Antwort auf ihre Frage und ihren Zweifel finden. Wo manche an die falsche Adresse geraten, möchten wir Fragenden, Zweiflern und Suchenden helfen, ihre christliche Antwort zu finden. Wo viele Christen jetzt ratlos dastehen, möchten wir sie stärken, ermutigen und Werkzeuge mitgeben, die ihnen helfen, im Gespräch mit Andersgläubigen selbst fundierte Antworten zu geben und die richtigen Fragen zu stellen. Gottes Wort wird vielfältig angegriffen und zur Seite geschoben. Wir möchten Skeptiker, Atheisten, Muslime und Menschen mit anderen Weltanschauungen mit der Wahrheit des Evangeliums in Kontakt bringen. Das soll auf eine Art geschehen, die ihnen hilft, zu verstehen, worum es eigentlich geht und auch ihre eigene Sichtweise kritisch zu hinterfragen. Wir möchten auch helfen, dass christliche Gemeinden und Kirchen wieder ein starkes biblisches Fundament und eine klare Ausrichtung haben. Wir möchten, dass jeder die christliche Antwort auf seine Frage findet. Dazu möchten wir vor allem die apologetische Arbeit im Internet ausbauen, weil das der Ort ist, wo viele Menschen nach Antworten suchen. Um das zu erreichen, möchten wir gerne mehrere Apologeten für eine Vollzeitanstellung unterstützen, damit starke und theologisch durchdachte Inhalte erstellt werden können. Wir möchten außerdem mehrere Personen im Bereich Social Media Management, Mediengestaltung und Content Management anstellen, damit wir die Inhalte qualitativ hochwertig und ansprechend gestalten können und damit Apologia Christliche Antworten so die Arbeit verschiedener christlicher Apologeten stärken kann. Bitte hilf mit, diese Ziele zu erreichen. Wie genau du die Arbeit von Apologia Christliche Antworten unterstützen kannst, damit buchstäblich tausende Menschen eine christliche Antwort auf ihre Lebensfrage bekommen, erfährst du unter apologia-online.net slash spenden. Ja, willkommen zurück und wir schauen weiter beim Thema Gemeinde. Ältere Menschen können sich auch einfach, sei es Leute, die eben mitten im Berufsleben stehen, also wie gesagt Ältere im weiteren Sinne, als auch Leute, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen, sei es Alter, sei es Krankheit, was auch immer, außerhalb vom Berufsleben stehen, können sich in die Gemeinde einbringen und sind da durchaus tragend und super wichtig, weil eben da schon manches an Lebenserfahrung und so weiter da ist. Und ja, was es aber braucht, ist echt ein weiter Blick, eben auch das zu sehen, also nicht nur seine Altersklasse zu sehen, nicht nur seine Ideen zu sehen, sondern ja wirklich die Gemeinde als Ganzes und die Einzelnen, aber auch wie sich das Ganze entwickelt, ein Stück weit Tendenzen zu sehen und so weiter. Also da braucht es viel, viel Weitblick. Das ist vielleicht, was heißt eine Gefahr, aber auf jeden Fall eine große Herausforderung. Thema Finanzen. Viele Leute, bei denen zum Beispiel die Kinder schon durch sind oder die keine Kinder haben, die haben im Prinzip ausgesorgt und die können ihre Finanzen auch nochmal freier einsetzen. Und da ist es wirklich eine Herausforderung. Zum einen ist es nötig, dass Menschen, die eben auch wirklich Finanzen haben, die für Gottes Reich einsetzen. Zum anderen aber die Gefahr, die damit verbunden ist, eben, dass man vielleicht das Geld lieb gewinnt, die Geldliebe oder dass man mit den Finanzen dann ja Forderungen verbindet. Und ja, das kann bis hin zu einer regelrechten Erpressung gehen. Aber das darf natürlich nicht sein und soll nicht sein. In diesem Sinne, Finanzen super nötig, aber eben mit Weisheit und Demut im Blick auf den Herrn. Ja, und Gebet ist ja keine Berufswahl, aber eine Berufung durchaus. Und das ist so entscheidend und gerade Leute, die nicht mehr oder die freier sind in ihrer Zeit, dass die, dass die ja wirklich sich auch viel Zeit nehmen fürs Gebet ist so, so wichtig. Ich könnte und wollte meinen Dienst überhaupt nicht machen hier, auch auf YouTube, wenn ich nicht wüsste, dass Leute ganz stark hinter mir stehen, die da für mich beten. Das ist super wichtig. Und was natürlich nicht sein darf, ist, dass es dann in Geschwätz ausartet. Also sozusagen Gebetsanliegen weitergeben. Das kann nicht sein und darf nicht sein. Aber, also im Sinne von Geschwätz, aber dass man miteinander betet, zu zweit, zu dritt, wie auch immer, super wichtig, super gut. Und ja, auch Unterstützung durch Menschen, die, also ich denke da gerade zum Beispiel an jemand, der jemandem anderen, einem Jüngeren hilft oder geholfen hat, einfach bei einer praktischen Arbeit, weil er, weil er es kann und weil er die Zeit hat und deshalb, ja. Und sowas tut, tut einfach Not in vielen Belangen oder auch eben eine Oma, die mal bei einer jungen Familie vorbeiguckt und sagt, hey, ich gehe mal mit deinen Kindern auf den Spielplatz, dass die überlastete Mutter dann ja einfach mal sich eine Stunde hinlegen kann oder was. Also sowas ist super wichtig, aber braucht halt Zeit, aber ist trotzdem eine große Hilfe, ein großer Segen und so weiter. Also auch ältere Menschen können sich und dürfen sich und sollen sich einbringen. Und da ist auch in egal welcher Art und Weise, da ist auch keiner zu alt. Bei Mose, wenn jemand meckert, ist zu alt und muss jetzt dann in Rente gehen oder sowas, sage ich manchmal, naja, Mose hat mit 80 erst mal angefangen und schönerweise gibt es aber auch wirklich viele aktive Rentner oder Leute, die eben im, jetzt noch nicht Rentner sind, aber im Arbeitsleben stehen, die sich voll einbringen und das ist richtig gut, richtig toll. Gottes Segen auch denen und auch euch und ja, viel Weisheit, wie ihr, wo ihr eure Lebenserfahrungen, und was ihr alles mitbringt, einbringen könnt. Und ja, das ist gut, denke ich, auch die Zeit zu überlegen, wie nutze ich die, wie nutze ich meine Zeit? Ich habe jetzt, je jünger man ist, desto weniger sieht man es vielleicht, aber je älter man wird, desto mehr merkt man, ja, letztlich steuern wir da drauf zu, dass wir irgendwann in der Herrlichkeit sind und die Frage ist, wie nutzen wir die restliche Zeit jetzt hier? Und was sind da meine Gaben? Wie kann ich das Ganze zur Ehre Gottes einsetzen? und wie begegne ich auch den Gefahren, die damit vielleicht verbunden sind? Ja, die Aufgabe von Eltern und Gemeinde. Das ist nicht so, dass bei Berufswahl oder das bei all diesen Fragen, die wir jetzt besprochen haben, die Eltern natürlich nichts zu sagen haben oder nicht wichtig sind oder auch die Gemeinde. Im Gegenteil, zum Ersten und Wichtigsten beten. Leute, betet für die, die einen Beruf suchen, sei es das erste Mal, sei es neu oder eben die auch in einem neuen Lebensabschnitt stehen, die in Rente gehen, dass sie ihre Zeit gut und weise und segensreich nutzen. Wichtig ist auch wirklich das Vorbild sein im Berufsalltag, sei es von den Eltern, dass die leben, wie man gut und als Christ arbeitet, dass man alles für den Herrn macht, dass man eben so mit dieser anderen Perspektive und dass man vorbildlich und fleißig ist und all das, aber eben auch in der Gemeinde, dass man da Vorbild ist und auch, dass man der Vorbild ist in dem, dass man zum Beispiel Hausfrauen und Mütter ehrt und achtet. Und das ist ja super wichtig, was wir da als Vorbild lehren. Wir können, das hat mal einer gesagt, wir können erzählen der jüngeren Generation oder den Kindern, wir können denen sagen, was wir wollen. Die machen eh, was wir machen. Und das ist ein Stück weit wahr. Ja, gleichzeitig gebt den jungen Leuten Aufgaben. Überlegt, was können wir denen für eine Aufgabe geben, jedem Einzelnen überlegen, hey, was hat der für Gaben, was hat der für Möglichkeiten. Aber gleichzeitig auch eine Freiheit, Dinge auszuprobieren, auch sogar, dass mal was schief gehen darf. Ja, dass die Leute und auch die Freiheit, Dinge zu gestalten, in einem gewissen Rahmen sicherlich, aber nichtsdestotrotz Dinge zu gestalten, wie man was macht. Und da wird manches anders sein, als ältere Generationen das machen würden. Aber das ist wichtig, dass die jungen Leute Aufgaben kriegen, aber auch eine Freiheit kriegen. Und habt entsprechend wirklich offene Augen für die Leute, auch für die Jungen. Dass sie schon, bevor sie überhaupt zum Thema Berufswahl kommen, dass ihr überlegt, wie können wir diese Jugendlichen, wie können wir diese jungen Leute da mit einbinden, ihnen helfen. Wo haben sie Stärken, wo brauchen sie Begleitung und so weiter. Und ermutigt sie, zu sagen, was alles nicht gut läuft. Und natürlich, wenn Leute was anfangen, da wird vieles nicht gut laufen. Habt ihr bei euren Anfängen alles gut und richtig gemacht? Nee, das braucht Ermutigung, braucht vielleicht auch Begleitung, dass wir sagen, hey, guck mal, jetzt ging das mächtig in die Hose. Wir gucken mal gemeinsam, warum und gucken, wie man es besser machen kann. Gemeinsam. Wer ist denn dabei? Ja, begleitend, ermutigend, die fördern. Und insbesondere die Leiter. Bitte, bitte, jeder Leiter, nehmt euch mindestens einen von den jungen Leuten, wo ihr sagt, hey, und der, da sehe ich Potenzial. Nehmt junge Leute mit in die Leitung in irgendeiner kleinen Aufgabe und begleitet sie darin. Dass sie es selber lernen, weil es gibt nochmal, es gibt einen massiven Mangel an Leitern, insbesondere auch im geistlichen Bereich und nicht nur da, wenn man die Politik guckt und so weiter. Es braucht junge Leute, die Verantwortung übernehmen. Und die das lernen. Und wenn nicht von anderen Leitern, von denen es jetzt schon wenige gibt, wer sonst soll denen beibringen, wie man eine geistliche Person und eine geistliche Leiterpersönlichkeit sein kann. Und nochmal, schätzt und ehrt wirklich die Hausfrauen und die Mütter, dass die auch ermutigt werden und sagen, jawohl, das ist eine schöne Aufgabe, es ist eine wertvolle Aufgabe, es ist eine vielfältige und eine tolle Aufgabe und so grundlegend für die gesamte Gesellschaft, selbst wenn die Gesellschaft das versucht auszublenden, aber es ist die letztliche, der Basisberuf der gesamten Gesellschaft eigentlich. Und dementsprechend, dass wir das wirklich achten und ehren. Ja, und nehmt wirklich auch, liebe Gemeindeleitung, nehmt alle in die Aufgaben in der Gemeinde hinein. Ich kenne manche Großgemeinden oder insgesamt Großgemeinden tendieren dazu, dass man sich hinsetzt und konsumiert. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern auch da braucht es vielleicht noch mehr Aufteilung in der Leitung oder was, dass wirklich die Menschen einzeln gesehen werden können und dass man jedem ermöglicht, seine Gaben einzubringen und mitzugestalten. Und da eben, da muss ich letztlich die Leute einzeln kennen und dann braucht es vielleicht mehr Hierarchie oder mehr was auch immer. In kleinen Gemeinden ist das manchmal weniger das Problem, weil da einfach alle mit anpacken müssen, weil sonst gar nichts läuft. Aber bei den Großgemeinden, da läuft vielleicht die Sache einfacher und mehr und professioneller. Aber die Gefahr ist eben, dass Leute einfach zu Konsumenten werden. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir sind ein Leib und da hat jedes Glied seine Aufgabe. Und wenn nicht, dann ist da, wenn da so ein eingeschlafener Arm rumhängt, da ist was nicht gut und da läuft was weniger als gut einfach. Was auch sicherlich ein Grund dafür ist, dass grundsätzlich Großgemeinden weniger effektiv sind als kleine Gemeinden. Und deshalb, ja, da eigentlich viel Potenzial wegnehmen. Ja, die Frage ist bei all dem, was sind unsere Gaben? Was kann ich und was kann die Gemeinde zur Ehre Gottes einsetzen? Und wie begegnen wir auch den Gefahren, die damit verbunden sind? Ja, die Aufgaben von Eltern und Gemeinden. Und ich hoffe und will dir sehr gern glauben, dass ihr manches gelernt habt, manche guten Anstöße bekommen habt. Sei es, wenn ihr erstmals jetzt Berufe sucht, sei es wie ihr Berufsuchende und Leute, die vielleicht in einem Lebensphasenwandel sind, unterstützen könnt, wo ihr auf Dinge achten könnt. Und wenn ihr sagt, jawohl, das waren eigentlich gute Impulse dabei, dann liked das bitte, teilt es weiter, abonniert den Kanal Apologie erköstliche Antworten, falls ihr es noch nicht habt. Es soll jedes Jahr zweimal eine Konferenz geben und dazwischen auch immer wieder verschiedene Themen und Projekte. und ansonsten bitte schreibt in die Kommentare, wo ihr Erfahrungen gesammelt habt, wo ihr eure Gefahren entdeckt habt, wo ihr Chancen gesehen habt, wo ihr euren Beruf zur Ehre Gottes nutzen könnt. Schreibt mir und wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Vielen Dank und Gottes Segen euch. Tschüss.